Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Roman Stars Podcasts und wie immer, wenn ihr meine Stimme hört, ist es Zeit für einen Bender Talk, heute mit Band 46 und jedes Mal, jedes Mal, wenn ich diese Ansage mache, vergesse ich mir vorher anzugucken, wie denn der Titel des Bandes ist. Band 46, Abenteuer auf der Geisterinsel, könnte auch original so ein Disney-Film mit Eddie Murphy sein und ihr hört es auch an meiner Seite zusammen mit mir, diese Geisterinsel erkunden, wird heute der gute Benni und wir werden nämlich versuchen, unseren verschollenen Kameraden Henry dort zu finden und vielleicht bestenfalls lebendig rauszuholen, bevor Dr. Hockbeck ihn in die Finger kriegt. Ja, Dr. Hockbeck hat ihn entführt. Er hat ihm nicht den Schatten entzogen, weil sonst wäre er hier im Keller sicher, aber ja, Henry wurde entführt und muss gerettet werden. Die Zombifizierung müssen wir abwenden. Damit er nicht wie Sindri oder wie heißt sie? Ja doch, Sindri. Sindri, ne? Dass da nicht dasselbe passiert. Oder noch schlimmer, dass Erosalom ihn in die Finger bekommt. Ja, absolut. Weil ihr wisst ja, Henry ist ja ein ganz besonderer Leckerbissen und das könnte unangenehm werden. Tatsächlich haben Henry und ich letzte Woche, da kam ja noch ein Chapter raus, darüber diskutiert, ey, okay, wie fängt Thriller Bark nochmal an? Und wir konnten es irgendwie schon uns zusammenreiben, wie es abläuft, ne, mit diesem Fass, was gefunden wird, mit einem gewissen Skelett, was auftaucht und dem Zerberus, der hier eine prominente Rolle spielt. Und dann meinte ich, ey, ich glaube aber auch, das Gesicht von einem gewissen Charakter wird auf einem Löwen gezeigt. Und wir waren uns nicht sicher, so, ja, kann auch sein, dass das später stattfindet oder so. Und es passiert halt wirklich so, Absaloms Face wird hier kurz vor Nami gesehen. Und das ist halt, es wird ja im Manga selbst gar nicht thematisiert, das wurde nur in einem SBS dann von Oda bestätigt. Ja, das ist das Gesicht von Absalom, das ist von diesem Löwen da. Und das fand ich halt ganz cool, weil irgendwie schön so ein kleines Easter Egg da direkt versteckt zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch, musste ich instantan denken, als ich diesen Löwen gesehen habe, so, ach, guck mal, das ist doch hundertprozentig Absaloms Gesicht. Vielleicht kann man ja auch schon so ein bisschen in die Trivia einsteigen hier. Ich fand es auch interessant, dass das ja quasi das erste Mal war, dass wir eben die Manticore sehen oder zumindest halt etwas, was wie ein Manticore aussehen soll. Viecher, die ja unter anderem als Wachen im Impel Down Level 2 genutzt werden, aber auch ganz friedlich zusammen mit Sphinxen und anderen, nee, auf der Insel Sphinx leben, aber keine Sphinxen sind. Und ich glaube, die Sphinx im Impel Down war auch nur ein großgewachsener Manticore, ne? Nee, ich glaube, die war auch ein klassischer Swings tatsächlich. Ich weiß, das war die Anführerin bzw. Anführer der Manticore-Viechers. Die hat genauso wie die auch, nur die hatten von Nudeln immer geredet. Die hatten immer von Udon und Spaghetti und Macaroni, während die anderen ja immer... Es ist tatsächlich Sphinx Level 2 Guardian Beast, also es ist die auch, die wir dann vom Design her auch auf der, auf Sphinx Island halt sehen, der Heimat von Whitebeard. Wobei auch dann, wahrscheinlich sind es halt trotzdem auch irgendwie dann Manticore oder so, weil die sehen ja eigentlich gleich aus, nur sind sie größer oder kleiner. Ich denke mal, auch auf Whitebeards Insel wird es dann kleinere und größere Exemplare geben. Ja, bestimmt, bestimmt. Aber irgendwie trotzdem schon interessant hier das zu sehen, so wie ist Hawkback drauf gekommen, den nachzubauen. Weil nicht nur den, auch Batman wurde hier ja bereits angeteast. Und ich will gar nicht davon reden, wie viele andere Figuren, die wir dann später bei Kaiserpiraten sehen, von denen anscheinend der Herrscher dieser Insel ja doch irgendwie stark beeinflusst worden ist. Dass sogar King Baums Cousin, sein Crack-abhängiger Cousin, ist dort zu finden. Der ist da, der Crackbaum. Der für einen schnellen Ritt alles... Der auch echt... Also ich habe das Gefühl, hier hat Oda nochmal sich in seiner Comedy gefunden, wie er gerne was erzählen will. Wir haben die typischen Momente von... Nein, das war so jemand, wo dann ein schönes, so ein Zeichenblock hochgehalten wird, der dann irgendwas gezeichnet hat. Es ist immer sehr schön, dass die Cartoon-Charaktere oder Manga-Charaktere immer diesen Zeichenblock irgendwie dabei haben, um irgendwie was zur Schau zu stellen. Dann hast du halt... Nami hatte, ganz kurz, Nami hatte ja auch in dem einen Chapter sogar ein Holzschild dabei, was sie bemalen konnte mit I'm sorry. Ja, absolut. So, wie fucking Wile E. Coyote. Ja, aber auch, ich finde, Ruffy mit seinem Schmetterlingsnetz hier, der auf Gespensterjagd gehen möchte... Oh ja, der war richtig Ghostbuster. Ja. Wobei, für mich hatte der aber krasse Käfersammler-Vibes. Ja, absolut. Das hat mich auch... Ich werde sie fangen und füttern. Ja, das hat mich halt so richtig... Ja, ich bin jetzt gerade Ken Sugimori und ich werde Pokémon fangen. Ja, mit dem Käfig auch noch so, wie so ein Käfer-Maniac mit Pokémon. Ich wollte gerade sagen, das wäre Ruffy in der Pokémon-Welt. Der wäre so ein Käfersammler. Der passt ja auch der Stroho zu gut zu. Ja, auf jeden Fall, das fand ich sehr, sehr nice irgendwie. Auch generell, wie die anderen alle mitmachen. Also gerade, um es mal jetzt so ein bisschen zusammenzufassen, es beginnt ja damit, dass der ganze Ace-Blackbeard-Plot fertig wird. Ich könnte sagen, es beginnt damit, dass Ace aus dem Haul kriegt. So, dann haben wir einmal Brook, der auftaucht. Dann haben wir, okay, es ist auf einmal, oh mein Gott, es ist ein Thriller-Bark, die irgendeine Insel aus dem West Blue, die hier ist. Bis wir dann herausfinden, ah, es ist ein Schiff. Und dann hast du einmal das Angsthasen-Trio, was halt den Way of the Thriller-Bark macht. Und dann den Rest der Crew. Und ich finde es sehr schön, wie da dieser Kontrast gemacht wird. Von einmal kriegst du alles aus der Perspektive von Nami, Lissop und Chopper mit. Wirklich, die dann halt in so einem Horror gefangen sind. Und sobald die starken Charakter da halt irgendwie hingehen, ist es für die einfach nur noch ein Joke und ein Abenteuer. Die nehmen das irgendwie gar nicht ernst. So, gerade halt auch Ruffy, der diese Zombies dann befragt, fand ich dann halt witzig, wie es vorher bei Nami und Co. wie in dem Thriller-Musikvideo irgendwie gezeigt wird. Und bei Ruffy ist es einfach so, ja, für den ist das halt ein Witz. Ja, für Ruffy ist es halt, da kommt einer aus der Erde und er steckt ihn halt wieder rein. Ja. Was ja auch irgendwie so ein Meme geworden ist, habe ich das Gefühl. Aber du hast gerade erwähnt, dass es eine Insel von West Blue ist. Wo wurde das denn gesagt? Hier auf der deutschen Fassung wird gesagt, dass die Thriller-Bark aus dem West Blue stammt. So, es ist ja dann, es ist ja keine Insel, es ist ja ein Schiff. So, aber ein Teil davon stammt halt aus dem West Blue, wurde gesagt. Weil bei meiner Übersetzung stand da nirgendwo West Blue drin, deswegen war ich gerade ein bisschen erstaunt. Und tatsächlich sogar in einem der ersten da, ich weiß gar nicht mit wem, ich glaube sogar Brooke hat, sagt sogar Brooke, weil der sagt ja, ey, wir sind hier auf der Thriller-Bark, weil das geht dann ja zu, dieser Maul. Aber war es nicht, Brooks Crew, die aus dem West Blue kam? Wir können ja gerne nochmal nachschauen hier im Band. Ja, ja, man kann ja auch Live-Research vornehmen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also ich weiß, dass die Thriller-Bark safe aus dem West Blue stammt, das weiß ich. Das ist halt nur die Frage, ob es hier jetzt noch drin steht. Aber ich hatte in Erinnerung, dass ich es hier gelesen hatte. Ja, also wenn das eh so ist, dann spielt es ja jetzt keine Rolle, ob das jetzt hier stand oder woanders stand. Aber dann glaube ich dir das auf jeden Fall erst mal. Also ich gucke jetzt aber auch gerade mal so ein bisschen rum. Da treffen sie ja auf Brooke, da erzählte ihnen, was so ging. Genau, hier, ich habe es. Chapter, das ist da, Chapter 443 auf den letzten beiden Seiten. Da sagt Nami nämlich, ah, eine treibende Insel. Mein Lockport reagiert gar nicht. Und dann sagt Brooke halt, das liegt daran, dass diese Insel den weiten Weg aus dem West Blue hierher gemacht hat. Also Brooke glaubt, dass das halt noch eine Insel ist. Und wahrscheinlich ist es ja keine. Oder ist das ein Stück von einer Insel, die da... Meinst du auf dem Double Spread? Nee, hier. Auf die letzten beiden Seiten von Chapter 443. Ah. Und dann hüpft er ja weg und macht sich auf den Weg zur Thriller-Bark. Ich glaube, ich habe original diese zwei Paneele, weil ich kann mich erinnern, dass ich da nachgelesen habe, wie er runtergesprungen ist und über das Wasser gelaufen ist. Aber ich glaube, ich habe original diese oberen zwei Paneele irgendwie überlesen. Das überleset man halt schlecht, weil der Haupt-Gimmick ist ja, Brooke macht sich auf den Weg, das ist ja der untere Teil der Seite und dann rennt er halt übers Wasser, was halt das Besondere ja auch ist. Ey, der kann übers Wasser einfach laufen, trotz seiner Teufelsfrucht. Das ist so, neben, kann er dann klassisch runtergehen? Naja, wobei, er muss sich ja bewegen, damit er... Ja, ja, klar, wenn er halt stehen bleibt, dann wird er wahrscheinlich wie ein Knochen halt runtergehen, ne? Aber er könnte ja nicht sterben, ähnlich wie mit Jack, ne? Er wird ja, weil er kann ja nicht atmen, klassisch. Johohohoho, er hat ja keine Lunge. Aber er kann essen schon. Er kann essen, das fand ich dann doch ein bisschen überraschend. Und Pupen, ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Aber zum Thema Teufelsfrüchte, wir haben hier ja nicht nur Brooks Frucht bekannt gegeben bekommen, die ihn ja wiederbelebt hat und dann auch in klassischen Oda-Manier, aber mit einem Haken, nämlich, dass er halt zu lange gebraucht hat, um seinen Körper wiederzufinden und die jetzt eben als Skelett wiederbelebt worden ist. Nein, wir haben ja vorher auch noch eine andere und viel, wir haben fast schon bizarrere Frucht bekommen. Also es ist beide schon echt weird dafür, was wir bisher in One-Piece-Universum kennengelernt haben. Denn jetzt ist auch noch die Rede von einer Logia-Frucht namens Yami-Yami-Numi, im ersten Chapter ja dann nochmal introduced. Und das ist ja auch nochmal etwas, was dann sogar noch der Zähler uns verdeutlichen wollte. Das, meine Freunde, war ein Ereignis, was später noch als Auslöser für ein ganz, ganz großes Ding angesehen wird. Und darüber können wir doch vielleicht am Anfang, zum Anfang des Bandes auch nochmal quatschen, bevor wir uns dann in wacky Ghost Adventures begeben. Ja, was glaubst du denn, Victor, was dieses große Ereignis sein könnte? Ja, ich denke mal, Ace ist ja Ruffys Bruder und so, wie wir Ruffy kennen, haben wir ja auch bei Nico Robin jetzt kürzlich erst beobachten können. So, der wird seine Freunde, seine Nahen, seine Lieben halt nicht einfach im Stich lassen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt halt der Plan ist, Ace dann früher oder später rauszuholen. Ja, du glaubst, Ace hat verloren hier wegen der, oder ist das glaubst du nicht eher, dass das… Die Mütze lag da halt so und Blackbeard schien halt krass. Aber ist das nicht viel zu offensichtlich, dass jetzt Ace hier verloren hat? Ist das nicht eher so ein bisschen… Ja, die Guten gewinnen eigentlich fast immer in One Piece. Ja, deswegen. Vielleicht hat Blackbeard ja verloren. Naja, das wäre halt so ein bisschen, wofür ihn dann überhaupt jetzt so lange gezeigt haben. Ja. So, weil ich finde, bisher haben die Guten ja auch immer ziemlich gut abgeschnitten. Ich meine, klar, am Anfang wäre mal scheiße, dann kam Ruffy und dann wird alles gut. Mhm. So, und hier wäre es dann ja ein interessanter Change of Pace, wenn dann mal die Bösen gewinnen. Ja. Wäre interessant, ne? Aber ich glaube halt tatsächlich, kann sein. Aber, ja, jetzt Ace retten wäre schon ein bisschen weird, weil wir hatten jetzt schon ein Rescue-Arc. Glaubst du, jetzt kriegen wir einfach Soul Society 2. Es wurde ja schon angeteasert, ne? Das Dreieck der Gerechtigkeit besteht aus Enis Lobby, dem Gefängnis, wo Robin hingebracht werden sollte, dem Impel Down und dem Marine-Hauptquartier. Ja, aber wie will Ruffy da jetzt nochmal zurückkommen und hinkommen, Viktor? Naja, das haben wir… Das ist jetzt aber weit hergehoben. Ja, das haben wir uns bei Water 7 auch gefragt und dann kam Mutter, Oma, Koko. Wird es jetzt sagen, dass er… Eben, aber sie hatten ihn vorher halt nicht. Sie haben ihn von einer Seite auf die andere gehabt auf einmal, Benni. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das so sein wird, dass wir dann die anderen Impel Down und Marine-Hauptquartier noch sind. Weiß ich nicht. Aber was, wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass er es nicht allein hinbekommt. Der wird auf jeden Fall Hilfe brauchen. Ja, gut, der hat seine Bande, ne? Das ist halt… Ja, seine Bande, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob das ausreicht. Ich glaub, der braucht ein paar Schwergewichte, so. Ich mein, was halt auch ein guter Change of Pace wäre, bisher war halt einfach jeder Schiebu kein Arschloch und Falkenauge hat Zorro fast gekillt. Wie wär's denn mal mit einem, der nicht ein komplettes Arschloch ist und vielleicht sogar bereit wäre Raffi zu helfen? Ja, vielleicht dieser Gekomoria, der hier auftaucht bei diesem Band. Genau, oder die anderen zwei, die noch nicht introduced wurden. Ja, das Interessante, das können wir ja schon ein bisschen vorwegnehmen tatsächlich, Gekomoria wird hier ja angeteast. Wir sehen ihn nur als Silhouette, aber er wird zumindest als halbe Silhouette. Ich find, wir sehen ihn in der weirdesten Variante ever. Eigentlich sehen wir ihn komplett, wir sehen sein Gesicht sogar fast quasi komplett, wie er da liegt. Nur dann wird er uns am Ende des Bandes trotzdem nochmal in seinem Paneel als Silhouette präsentiert. Ja, natürlich, ganz, ganz wichtig. Aber ich find's halt spannend, wie am Anfang jetzt vom Thriller Bark-Arc wird halt Gekomoria genannt, Nummer 6 der Samurai der Meere. Und am Ende vom Arc wird Boa Hancock noch kurz namentlich erwähnt, weil da sagt, glaube ich, da geht's wieder um Meerjungfrauen und dann, dass die Meerjungfrauenprinzessin voll schön ist. Und dann wird gesagt, ja, aber der Shishibukai Boa Hancock, das ist wohl die schönste Frau der Welt. Dann wird über die noch geredet. Und das ist halt echt tatsächlich, am Ende von Thriller Bark kennen wir alle Namen von allen Shishibukai. So, weil als erstes hatten wir Falkenauge, dann haben wir Jimbei, den wir natürlich erst später sehen, aber deren Name wurde gedroppt. Dann kam Crocodile, Doflamingo und Bartholomeus Bear, jetzt hier Gekomoria und am Ende von Thriller Bark dann halt noch Boa Hancock. Richtig. Und gesehen werden wir aber erst fünf haben. Yes, genau. Nämlich Jimbei und Boa Hancock. Jimbei, interessant, sehr early on erwähnt, aber als letzter revealed. Aber dann zusammen mit dem anderen, ne? Das ist so die Reste. Ich finde es generell krass, ne? Boa Hancock wird in 515 oder 516 gezeigt, 529 wird Jimbei gezeigt. Also einfach keine 15 Chapter dazwischen revealed oder einfach zwei Samurai der Meere. Was natürlich obvious ist, weil bis Marineford, da wären dann wahrscheinlich eh alle irgendwie gezeigt worden, aber dass der sich gesagt hat, ah ja stimmt, die habe ich ja noch. Also die muss ich noch zeigen. Und generell innerhalb von vier Arcs, drei Arcs, die sich um Shishibukai drehen. Thriller Bark, Sabah Odi dann nicht, dann Impel Down, ne. Impel Down kommt danach, Amazon Lily und dann Impel Down. Also das sind jedem und beim Impel Down ja sogar zwei. Ja, im Impel Down und dann Marineford. Ja, und Marineford alle. Ja, ja, aber ich glaube, das war so dann der Plan so, okay, fuck, eigentlich sollte Ruffy, die schon längst besiegt haben, okay, die müssen jetzt irgendwie jetzt nochmal alle reingeschmissen werden und ich muss die Rolle umdenken. Absolut. Ich haue jetzt mal die Trivia hier noch raus, aber werden sie wahrscheinlich, wenn wir den Amazon Lily-Band besprechen eh, weil ich glaube, das ist auch tatsächlich nur ein Band oder eineinhalb Bände, dass Oda ja diesen Arc early zeichnen wollte, bevor seine Töchter groß werden. Einfach damit, der das fertig hat und denen das wahrscheinlich nicht peinlich ist, dass ihr Vater so ein kleines sexy Adventure für Ruffy da zeichnet. Ero Oda. Ja. Ey, ich glaube, let's be real, ich glaube aus der Ära als Mangaka, wenn du da nicht von Toriyama in irgendeiner Art und Weise aus so inspiriert wurdest, daher. Ja, ja. Aber Toriyama ist ja mehr auf Poop-Jokes gegangen. Ja, aber Toriyama ist... Ja, es gab den legendären Ball-Joke mit Bulma. Nein, 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 aber Early Dragon Ball, also ich habe es tatsächlich nach seinem Tod nochmal mir so Early Dragon Ball sehr viel durchgelesen und es ist eine ganz andere Zeit gewesen, aber alter, jeder zweite Joke zu Bulma war irgendwie, war irgendein Sexual-Joke. Also es war halt schon eine andere Zeit und ich glaube, heute würdest du diese Jokes halt entweder anders machen oder halt gar nicht. Also das ist halt so. Ja, es ist halt schon nochmal, es hat sich halt sehr, sehr viel drum dreht, dass alle was von ihr wollen und alle sie nackt sehen wollen und so und schön und jede Gelegenheit genutzt wird, ihren Körper irgendwie zu verkaufen. Also das ist schon, weiß ich nicht, das macht Oda ja nicht so, aber trotzdem... Aber in dem Band hat er es gemacht. Ein bisschen, auf jeden Fall, aber das ist ja eher Absalom-Schuld. Ja, der Charakter hat literally Geld von Lysop dann gesagt, dass sie Geld von ihm verlangen wird noch. Ach ja, stimmt, stimmt, Nami ist da. Ja, true that. Direkt. True that. Aber tatsächlich, was mir beim Kampf von Blackbeard, um mal ein bisschen serious zu werden bei den ganzen Sachen, wir wissen natürlich, was hier passiert. Nicht für die Leute, die jetzt random bei Folge 46 vom Bender Talk einschalten und sich denken, hä, wissen die gar nicht, dass Marine fortkommt? Ey, so! Finde ich interessant das, nämlich, ich wollte es euch erst in die Gruppe schicken, als ich es gelesen habe. Und dann habe ich mir gesagt, nee, Spaß mir für den Podcast auf. Blackbeard sagt nämlich, aha, deine Sonne oder meine Finsternis. Der sagt, nicht dein Feuer, sondern er geht halt auf die Sonne ein. Ja, aber der Move war auch so. Natürlich, Viktor, aber den Move, den hat Oda auch gemacht. Ja, natürlich. Das war nicht Ace-Idee. Das war nicht Ace-Idee. Und ich kann sagen, wir haben ja schon häufiger diese Vermutung gehabt, ey, es gibt bestimmte Charakter, ich glaube hier, dass Blackbeard jetzt nicht auf den Sonnengott sich bezieht, aber Oda glaube ich schon, weil ich glaube halt, dass Ace sozusagen der auch eine Art Fake-Joyboy halt war, wo Whitebeard, Yamato dachten, ey, er wäre der, der den Dorn bringen wird. Und dadurch Marineford ja auch nochmal eine andere Bedeutung kriegen würde, als jetzt. Er hat ja sogar die Feuerfrucht, er hat ja sogar literally die Fähigkeit, die du einem Sonnengott irgendwie geben könntest. Aber wie wir ja in der aktuellen Story wissen, ey, der Name ist ja anscheinend nur metaphorisch, weil Ruffy kann jetzt nicht Sonnenformen oder hat irgendwelche Feuerfähigkeiten, außer vielleicht mal sein Redhawk. Oh, wenn er will, bestimmt. Natürlich, jetzt kann er aber jedes Element wahrscheinlich auch noch kontrollieren. Blitze kann er ja auch greifen. Genau. Ich glaube, er könnte wahrscheinlich Flammen in Gummi verwandeln und dann die dadurch irgendwie manipulieren. Könnte ich mir vorstellen, ähnlich wie er Blitze greifen kann. Ich glaube, der wird die essen und dann Feuer spucken. Probably. Er wird Feuer benutzt, ne, er wird dann so eine heiße Jalapeno oder so sich reinfressen und davon dann Feuer speien. Aber an sich finde ich es halt interessant, dieses Wording mit der Sonne, weil er hätte ja auch einfach Feuer sagen können, ja, mit deinen Flammen oder whatever. Oder dein Licht gegen meinen Dunkelheit. Ach so. Aber es wird halt schon gesagt, ey, deine Sonne gegen meine Finsternis. Und ich glaube, so ein Rematch werden wir nochmal kriegen. Nur halt dann, dass halt Ruffy der ist, der sich dieser Finsternis halt stellt. Ja, es ist schon, finde ich, also das Chap mit dem Chap da einzusteigen, das war schon juicy shit. Und wie du halt sagst, allein schon dieser Spruch und dann auch das Bild, wo die beiden so aufeinander knallen und so. Und auch davor, ne, wo Blackbeard seine Teufelskruf so ein bisschen showcased und flext. Und, äh, ja, uns halt zeigt, das ist halt ein schwarzes Loch, was er halt erzeugen kann, das halt alles anzieht und auch wieder rausspucken kann. Er redet halt von der ultimativen Gravitation, äh, wo ein bestimmter, äh, Admiral bestimmt noch das ein oder andere Wörtchen mitzureden hat, äh, ob das denn wirklich die ultimative Gravitation ist. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen der Selling Point in dem Chapter gewesen. Plus, und da sieht man irgendwie wieder so sehr, dass alles schon irgendwie vorher geplant war, war hier eine Sache noch immer nicht geplant und das ist Haki. Denn hier so einen großen Punkt draus zu machen, oh mein Gott, und jetzt fasst er mich an und ich kann meine Teufelskraft nicht benutzen, oh mein Gott. Und so, als hätte Ace halt noch nie gegen, literally, irgendeinen, äh, ne, ähm, Kaiser-Offizier oder Vize-Admiral oder whatever gekämpft. Ich meine, ja. Er hat gegen Whitebeard gekämpft. Er hat gegen Whitebeard gekämpft, genau, so, und Whitebeard hat ihm auch eine Schelle verpassen können. Er hat gegen Jinbei gekämpft. Gut, mit Jinbei könntest du Wasser sagen, aber die haben auch Fist-Fights gehabt, ne, so. Und unabhängig davon, so, der hat bestimmt, also muss mit Haki-Nutzern geclashed worden sein. Und, äh, da ist halt sowas wie Blackbeard weird, aber erstmal eigentlich nichts, was dich komplett aus dem Konzept bringen sollte. Weil, äh, eigentlich ist das sogar noch schwächer als Haki, weil der fasst dich zwar an, aber es ist halt kein fester Stahlgriff oder so. Das ist immer noch ganz normale Finger. Gehen wir einfach weiter. Ace hat zu diesem Zeitpunkt schon Königshaki. So, und der hat auf Marineford auch acknowledged, dass Ruffy Königshaki eingesetzt hat. Also, mir kann, du kannst mir nicht erzählen, dass Ace hier nicht auch schon Rüstungs- und Observationshaki auch kann. Ich glaube, es ist halt for dramatic purposes natürlich, ne, dieses, ah, was, du kannst mich berühren, weil vielleicht spricht das eher dafür, dass halt Blackbeard kein Haki kann. Also, dass der, ich glaube, mittlerweile... Noch nicht. Genau, dass er mittlerweile Rüstungs- und Observationshaki, glaube ich, schon. Und ich glaube, er wird auch Königshaki haben, weil am Ende die ganzen Endgame-Charakter haben es halt jetzt irgendwie... Ich glaube tatsächlich, zu dem Zeitpunkt sollte das der große Selling-Point sein. So, guck, ist dir an, er ist der Krasse, der halt Teufelsfrucht-Nutzer berühren kann. Ja, ja, sogar Logia-Nutzer, genau. Sogar, genau, auch noch Logia-Nutzer. Und ziemlich schnell hat Oda dann gecheckt, so, ja, Moment mal, das reicht nicht, wenn das so eine Special-Fähigkeit ist, weil dann halt literally jeder, der keinen Teufelsfrucht gegessen hat, nichts tun kann. Und Ruffy hatte auch nur Glück gegen Enel. Ja, wenn du bedenkst, wie viele von Ruffys, also gerade so Crocodile und Enel und auch wie Logia-Früchte, weil Kusan, Kizaru... Ja, die waren ja komplett overpowered. Genau, gegen die hatte Ruffy ja gar keine Chance. So, und die zwei, die er besiegt hat, hat er besiegt, weil er bei einem die natürliche Schwäche war und beim anderen die Schwachstelle herausgefunden hat. Und das ist halt, pre-Timeskip ist halt sehr viel Logia-fokussiert. Wenn dein Gegner einen Logia hat, wird halt schwierig. Gegen Smoker konnte er nichts tun. Genau, gegen Smoker auch noch, konnte er gar nichts machen. So ein Smoker, würde ich mal sagen, von den ganzen Logia, die wir bisher haben, ist das so die unspektakulärste gewesen von diesen ganzen anderen elementaren Fähigkeiten, die wir noch gesehen haben. Das Ding ist halt, ich glaube schon, dass Oda eine Idee hatte von, es wird was geben, womit du die greifen kannst. Der Seestand. Ja, ich glaube... Frühes Konzept. Smoker hat ja sogar die Waffe. Aber ich glaube schon, dass... Als Waffe. Ich kann mir auch vorstellen, dass Harkinon nicht so konzipiert war, bist du aber Odi, weil da fängt ja in der Marinefortsage das wirklich an. Ich glaube aber, er hatte schon eine Idee von, ah okay, wenn ich diese... Weil allein die Konzeption ist ja, du denkst dir so eine Fähigkeit auf, du wirst dir bei dem Kreativprozess ja auch dann sofort denken, ist ja gut, und wie sollen Leute die berühren? Und sich dann einfach zu sagen, ja, es wird irgendwas geben, womit du die berühren kannst, das hat dann jetzt zwölf Jahre gedauert oder elf Jahre gedauert, bis er es irgendwie establishen musste. Theoretisch? Korrigiere mich, wie ich falsch bin, aber war Smoker nicht der erste Lugier, den wir gesehen haben? Der war der erste, ja. Guck mal, da liefert ja Oda in dem Kapitel direkt die Lösung mit. Also er hat sich schon direkt die Frage gestellt, weil Smoker derjenige ist, der halt direkt mit seinem Seestein-Gite-Stab ankommt und in dem Chapter, in dem man sieht, oh was, er kann sich in Gas verwandeln, hier in Qualm verwandeln, man kann nichts gegen ihn tun, wird halt gesagt, ja haha, es gibt dieses Material, wenn du das an Toll-Druck-Nutzer anwendest, verlieren sie halt all ihre Kräfte. Aber in der ganzen Story hat ja bisher, bis heute, ja, Ruffy noch nie Seestein im Kampf benutzt und auch vor dem Timeskip nicht so, aber ich verstehe die Idee. Weil das wahrscheinlich unpraktisch dann irgendwann war. Absolut, genau. Vielleicht hat Oda sich so zwischendurch überlegt, ja, nein, irgendwann hat jeder dann Seestein, Handschuhe, whatever und da hat er sich gedacht, why, warum können die einfach Haki haben, anstatt das halt so zu verpacken. Es ist halt so dieses typische, okay, One Piece, Post-Timeskip ist ja so ein bisschen die nächste, also East Blue ist Prolog, Grand Line ist Part 1, Neue Welt Part 2 und da war es für Part 2, ja, ich brauche ein neues Magiesystem einfach, was ich halt establishen will. Und es ist ja auch generell diese ganze Debatte um diese Umwandlung von Haki, dieses, was wir jetzt halt im Manga sehen. Existiert das wirklich oder ist das nur ein visueller Indikator für uns, dass wir jetzt verstehen, er setzt Haki ein und ist Haki in Wirklichkeit immer noch unsichtbar? So wie vor dem Timeskip, wo du, wo du weißt, die Leute haben alle Rüstungshaki, aber du siehst es halt nicht. Der gibt es halt ähnlich wie die, so klein. Genau, weil dann könntest du es erklären, weil zu dem Zeitpunkt Ruffy es nicht konnte und es Ruffy auch nicht gesehen hat und ab dem Punkt, wo Ruffy es kann, sieht er es halt bei sich und bei anderen. Und an sich muss ich sagen, das fände ich eine schöne Erklärung, dass, wie du es retconnen könntest, wenn es das am Ende nicht ist, ist es auch egal so, aber es wäre halt so dies, ah, wenn du Haki selber beherrschst und nicht nur unterbewusst, wie mit dem Königshaki, sondern richtig beherrschst, dann siehst du es auch bei anderen. Ja, du, sie sagt, das ist halt, ne, desto näher du zu Marineford kommst von der Zeitlinie her, desto eher kriegst du die Argumente zu hören, dass halt einfach nur, ähm, ne, entweder später dann aus optischen Gründen dazu kamen oder dass halt andere Gründe kamen, desto eher weiter du halt in die Zukunft jetzt, in die Gegenwart kommst, desto eher ist man halt bei dem klassischen Meme, oh da vor Gott. Ja. So, aber im Endeffekt spielt es halt auch keine große Rolle. Das sieht aber auch, muss man schon sagen, gerade diese, diese Ummantlung mit dem, das sieht schon fancy aus, Alter, wie du das dann halt, wie du weißt halt sofort, klar, Frankie Strong Ride hat er gefühlt schon die Haki-Kolorierung, aber es ist schon cool, wenn du da so verschiedenste Charakter hast, ob du dann Schwerter, Fäuste, andere Gegenstände halt ummantelst mit Haki, schon nice gemacht. Ja, es hat ja trotzdem tatsächlich, obwohl es nach den Zeitsprungen ja schon, äh, etabliert wurde, hat es ja trotzdem bis Punk Hazard gedauert, bis wir quasi den richtigen Haki-Showcase gekriegt haben mit Vergo, dem Proto-Haki-Chat, der da halt komplett schwarz halt ja auch angelaufen war und so und halt der Übelste war, äh, wo man dann gecheckt hat, okay, krass, Haki. Glaubst du, Garp kann das auch, ja, oder? Ja, natürlich. Full-Body-Haki. Die Sache ist, man hat damals Vergo gesehen und von Vergo bis heute leiten wir von Leuten wie Vergo ab, wie krass Leute wie Garp, Shanks und die ganzen anderen Haki-Nutzer sind. Das ist ja im Endeffekt, okay, das, was er kann, nur viel, viel heftiger und jetzt gut, mittlerweile haben wir noch andere Sachen gesehen, wie, okay, du kannst damit auch eine Atombombe bauen, das geht, ist schon in Ordnung und, äh, seitdem sind ja eh alle Grenzen. Ich finde es auch random, wie einfach, äh, erweitert das Königs-Haki voll die Range-Attacke eigentlich ist, weil der Impact, du musst ja nichts berühren und einen Impact erschaffen soll. Du brauchst, brauchst einen Laserstrahl, eben, du brauchst halt, jeder Manga braucht einen Laserstrahl. Wo ist der Haki-Laserstrahl? Ja. Okay, und Blitze gehören ja auch noch mittlerweile dazu, da war ich immer so ein bisschen, ah man, Haki-Blitze, dies, das, ich weiß noch, Early One Piece YouTube in Deutschland, ah, Haki-Blitze, können, kann Haki auch Blitze erschaffen? Und ich war immer ein Feind davon, ich war so, boah, nee, Mann, Alter, aber mittlerweile muss man ja wirklich zugeben, Königs-Haki kann auch das, Alter, weil du siehst ja beim Treffen von Shanks und Whitebeard, wie das Schiff ja teilweise halt Schaden nimmt eigentlich von, von deren Aufeinanderprallen von Haki und Blitze entstehen halt auch bei Kaido und Ruffy in dem Clash immer mal wieder bei so Stößen, ne, also. Ja, ja, ja. Aber natürlich, das sind wahrscheinlich auch wieder in meinem Kopf dann nicht richtige Blitze, sondern einfach nur visuelle Indikatoren, dass du siehst, ah, guck mal, das ist krass. So, ich glaube, du wirst ja jetzt nicht einen Stromschlag kriegen von diesem Haki. Das ist es halt, man muss, man muss sich bei sowas halt einfach immer wieder bewusst sein, das sind alles Abkömmliche und Cousins der Super Sergin Aura und des Kaioken und dieses Ganzen, ihr habt den Sound-Effekt gerade alle im Ohr. So, das ist es halt alles, so, und dafür ist es da, um cool zu sein, um den Leuten nochmal zu, darzustellen, okay, da ist gerade noch viel mehr Druck und Energie und Macht dahinter und, ne, ob es dann im Endeffekt halt handfest existiert oder nicht. Das war halt bei One Piece vielleicht halt irgendwann deshalb ein Thema, weil es halt handfest Sachen gab, die Blitzer schaffen haben und man sich dann gefragt hat, okay, können die das auch? Aber im Großen und Ganzen, wenn du halt jetzt zum Beispiel wirklich Oda fragen würdest, so, Oda-san, wie sehen Sie denn das? Können die Blitzer schaffen? Da würdet ihr auch antworten, ja, Viktor Qudin, äh, ja, da-da-da-da-da-da, oh, na-da-da-da-da und da habt ihr es halt, ne, deswegen, ich glaube, damit können wir das Argument dafür alle mal begraben. Ja, absolut. So wie die Zombies im Shrla-Abark begraben werden. Yes. Und so wie auch Ace begraben wird. Ja, Ace ist hier auf jeden Fall mies, mies, was hier passiert, aber wir haben ja eben schon gesprochen, viel geplant, Haki wahrscheinlich nicht, early on geplant, ich glaube aber ab dem Punkt, wo Ace thematisiert wurde, weil Ace und Blackbeard werden beide auf Drum erwähnt, so, Ace sehen wir zum ersten Mal, Blackbeard wird zum ersten Mal genamedroppt auf Drum, dann auf Alabaster sehen wir Ace, auf Jaya sehen wir Blackbeard und dann unfoldet sich das ja so langsam, Shanks will Whitebeard treffen, weil er mit ihm was zu besprechen hat, dann haben wir das Treffen ja jetzt im letzten Band gehabt, jetzt auf einmal Clashen, Ace und Blackbeard aufeinander, ich glaube schon, dass Oda für sein Endgame wusste, ah, Krieg mit Marine, ob das im Detail alles geplant war, aber ich glaube schon Krieg mit Marine, Ace gefangen, Blackbeard dafür verantwortlich. Ja klar, ich meine. Ich glaube, Endgame für Part 1 hat er ja schon, ob da schon ein Timeskip geplant war oder andere, da, das lasse ich offen, so, aber ich glaube schon, dass er wusste, ja, diesen Kaiser Whitebeard, den werde ich mit der Marine in Verbindung setzen und ihn dadurch zeigen, weil er eben einer der Guten ist, Marine böse zu dem Zeitpunkt und dadurch kriegt er Sympathiepunkte und wir relaten sofort. Weil guck mal, er tut das, was Raffi mit Robin getan hat, das tut er für Ace. Ja, genau. Genau, und das macht ihn ja dann instant sympathisch, wenn es dann so weit kommt. Ja, das ist ja so eins der einfachsten Storytools, ne. Etablier irgendwas, was dein Protagonist Gutes getan hat, lass einen anderen Charakter genau dasselbe tun, du hast sofort denselben emotionalen Wert zu diesem Charakter wie zu deinem Protagonisten. Naja, absolut. Aber, ich glaube, damit könnten wir die Tragödie auf Banaro Island hinter uns lassen, wie schon ein anderer Dorfbewohner dort entsetzt hat, auch irgendwann gesagt hat, oh nein, Banana Rock ist runtergefallen. Eine Tragödie. Kommen wir doch nun endlich zu unserer lieben Strotbande, die auf der Grand Line dahin schippert, in ihrem neuen Shiny Schiff unterwegs sind. Und ich habe das auch schon vor dem Podcast gesagt, es ist ein schöner Band, nicht nur wegen dem Juicy Einstieg und dem, ja, neuen Arc der Stadion und der Antagonisten, die wir sehen, sondern auch allgemein, weil für mich das so ein Stück weit auch Peak-Piece ist, was die Strotbande angeht, weil ich finde, die sind jetzt auf einem Punkt, wo die sehr gut zueinander gefunden haben, wo viele Konflikte innerhalb der Crew jetzt endgültig erstmal aufgelöst sind. Lysop ist zufrieden, Robin ist zufrieden, Nami ist zufrieden, Sanji, reden wir gerade nicht drüber, ist auch noch lange hin und es herrscht halt, finde ich, so eine gewisse Harmonie, so auch wie man das neue Schiff so kennenlernt, so, ah, hier der Tanker, beste Idee, schmeißen wir den Hai rein und ja, war einfach nett zu beobachten, sei es halt eben der Einstieg, sei es dann eben auch später, wo sie zu dieser Insel kommen und halt nicht irgendwen retten müssen, nicht, also theoretisch nicht noch niemanden retten müssen, auch wenn die Frage schon kam, aber eigentlich erstmal aus eigenen Stücken da sind und theoretisch auch die Kraft hätten, so wie es ihnen Danbrook empfohlen hat, dieses Tor einzuhauen und wahrscheinlich wieder abzuhauen, aber dann sich sagen, so, ne Mann, so, wir sind ja auch irgendwie aus einem Grund hier auf dem freien Meer unterwegs, um halt Shit zu sehen und auch das Fass, was ja dann der Auslöser für alles war, was rausgeholt wurde, wurde ja rausgeholt aus der Motivation nach Schätzen und Reichtümern und interessanten Sachen und ich finde, das ist so, ja, fast schon der fresheste Aufhänger, finde ich, für so ein Arc, wenn es halt wirklich, so wie bei Skype ja schon, eigentlich nur darum geht, ey, was ist das, wenn ich es mit einem Stock piekse, was passiert dann? So, das ist im Endeffekt Thriller Bark. Ja, ich finde auch tatsächlich, als du hier angefangen hast, das ist so eine andere Zeit noch, es ist Peak Piece und ich finde, es ist auch irgendwo, schöner Vergleich zu Skype, ja, es ist wahrscheinlich der letzte reine Abenteuer-Arc, wo sie random wohin kommen und dann halt etwas passiert, was nichts mit Weltregierung, Marine, whatever zu tun hat, weil, klar, Gekko Moria ist ein Samurai der Meere, aber das, was hier passiert, hat ja nichts mit hier jetzt, weil Egghead war nämlich der nächste Arc, wo es kein Plan war, wo es hingeht und sobald die da waren, Alter, okay, Shit's about to go down, Weltregierung. Frank Hazard war halb so. Aber auch da, genau, genau, aber es war ja kein richtiger. Es ist ja die, dass Fass quasi. Ja, ja, stimmt schon, aber das war halt auch so ein, nicht ein Abenteuer richtig, also da war es dann so, okay, wir gehen auf diese Insel, dann werden sie schnell gefangen genommen, dann geht es raus, dann sind sie wieder gefangen und dann müssen sie ausbrechen und einbrechen, so und hier ist es ja wirklich, die sind alle frei und die haben eine Geisterinsel, die sie erkunden können, das finde ich schon irgendwie sehr Skypie-esk, obwohl da ja auch wieder nicht das Ziel ist, äh ja, wir wollen Schätze, weil hier werden sie ja gefangen genommen, recht schnell, durch die, durch den Mund, der dann zugeht. Aber ja, ich finde es auch irgendwie, gerade der Einstieg ist halt auch sehr schön mit Ruffy und Lissop, die halt auch ihre Freundschaft so ein bisschen wieder zelebrieren, weil sie diesen Hai halt fangen da und da auch einfach diese Gimmicks machen, die halt super mit den beiden funktionieren und vielleicht noch Chopper, der da jetzt gefehlt hat, aber Chopper entspannt ja eher. Ja, Chopper freut sich über seine eigene Midi raus. Ja, über seine schöne Privatsphäre, die er halt hat, ne, aber auch schön, wie einfach jeder Struth so ein bisschen seinen Bereich kriegt, ne, Nami, die sagt, boah ja, ey, so eine krasse Badewanne und dann wackelt das manchmal noch, was es noch mal entspannter macht, Zorro oben in seinem Trainingsausguck, Chopper in seinem Ärztezimmer, du hast dann halt auch, das finde ich halt sehr cool, Sanji, der natürlich in dieser Bar da auch irgendwie chillt. Das ist ja der Essensraum, Küche, ne? Genau, wo halt auch Robin natürlich chillt und das ist so, man kriegt so ein Feeling für dieses, für dieses neue Schiff und das finde ich auch sehr schön, dass Oda das hier direkt am Anfang in Szene setzt irgendwie. Und genau das ist auch der Grund, weswegen ziemlich schnell es auch wieder in dieses Wohnzimmer-Küche gehen wird, weil Oda, glaube ich, nämlich das ein bisschen showcasen will. Ja, safe. Weil die finden ja dieses Fass, hoffen, dass da halt irgendwas cooles drin ist, vielleicht ein leckerer Sake oder sowas. Tatsächlich ist es aber eben ein Signalfeuer, was eben anzeigt, haha, so denken sie es sich halt schon, wir werden vielleicht beobachtet, so, aber die Bedenken werden halt schnell weggewischt, weil es geht halt darum, einen Sturm standzuhalten, was die Sanji dann eben auch mit Bravour meistert. Denke ich mal auch so ein bisschen, um zu zeigen, so, okay, die ist jetzt auch den harten Wettern gewachsen, da kamen ja dann die, ähm, Ruder raus. Das Soldier Dog System. Das Soldier Dog System, genau. Und das war, glaube ich, Nummer zwei, waren, glaube ich, die Ruder. Nee, tatsächlich Nummer null, von eins auf null, weil sie dann diese, ähm, diese Ruder-Dinge haben, wodurch sie sich dann bewegen können und gar nicht auf den Wind angewiesen sind, sozusagen. Ja, genau, so ein Schaufel, ne, wie sagt man, wie hat man das gesagt, die fahren auch immer in Südamerika, nicht in Südamerika, aber ja, so Paddelboote, ja, diese, man, gibt's doch ganz oft so in Louisiana und sowas, so schippern die damit durch die Gegend, die haben auch irgendeinen Namen, ähm, genau. Nennen wir sie einfach Paddelboote. Sowas hat ja Whitebeard dann später auch am Start. Äh, das ist ja dann die, ähm, die, die, nicht die Moby Dick, sondern die, das andere Schiff, das ist dann nämlich auch so ein, so ein, äh, Paddelschiff, was dann da, der Eisbrecher, der da durchkommt. Stimmt, stimmt. Ja, generell immer noch epischer Auftritt haben. Ja, kommt, kommt bald, wird angeteast, guckt euch die Mütze an, die auf dem Boden liegt. Ja. Äh, hier erstmal alles noch ein bisschen entspannter, gut, der Sturm ist vorbei und es sieht nicht chillig aus, denn auf einmal finden die sich halt mitten im Florian Triangle wieder. Im deutschen mysteriösen Dreieck. Im mysteriösen Dreieck, sehr gut. Aber auch hier, ne, eins zu eins, ich glaube, das ist tatsächlich Florian Triangle, ne, Bermuda Dreieck. Ich glaube, auch das sind wieder so Sachen, diese Idee hatte, oder Early On, dass die da irgendwann mal hinkommen, ob das als ganzer Arc geplant war oder nur ein kurzer Abstecher, so als Joke, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, das ist echt so, wenn du eine Piraten-Story zeichnest, eine Story auf See, ist so das Bermuda Dreieck eins der ersten Sachen, die ja in den Sinn kommen, ne. Absolut. Aber hier mal direkt die Frage, Benni, ich meine, jetzt sind wir in einem der wenigen Kapitel, wo es nicht in Flabag spielt, sondern in Florian Triangle. Was sagt die Kaiju Watch? Hast du sie schon gesehen im Hintergrund? Nein, habe ich nicht und ich glaube, Leute hassen mich dafür, dass ich das immer wieder sage, dass diese Bestie in dieser Dämonensee, wie es hier ja auf Deutsch genannt wird, weil es wird dieses Chapter, wird halt Abenteuer in der Dämonensee genannt und später kriegen wir aber doch das Abenteuer auf der Geisterinsel. Also seit Oda schon auf der auf der Hulkick Island hatte das nämlich auch mal gemacht. Da war es einmal Abenteuer im Bla 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 Wald, also wo sie da in diese Seducing Woods kommen und dann gab es noch, ich weiß nicht, vorher oder danach dann sozusagen Abenteuer auf der Süßigkeiteninsel oder whatever es dann halt war. Ja, ich habe es nicht gesehen und ich glaube auch einfach immer noch, dass es einfach nur dem Genre geschuldet ist, dieses Haha, wir haben das Geheimnis gelöst, der Thriller Bark, aber guck mal, im Schatten ist noch ein wahres Monster, so wie damals bei Digimon 02 auch, wo Dragomon dann im Background zu sehen war, nachdem TK und Kari im Meer der Finsternis da waren. Oh ja, Mann. Daher. Ja, May, also ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass das halt einfach nur so ein bisschen dem Schaurigkeitswert war erst recht, weil man sieht diese Silhouetten und Schatten ja literally wirklich nur da, wo sie thematisiert werden. Und es ist nicht so, dass Oda die vorher schon irgendwie eingestreut hat. Ich meine, ja, jetzt werden mir irgendwelche Pixelhunter bestimmt direkt sagen, nein, aber hier, ich habe dir das mit einem roten Kreis und einem Pfeil, habe ich dir das nochmal gezeigt, Auf einem YouTube-Thumbnail von 2019. Ja, genau. Wo es im Video dann kam, darum geht das Sanji dann doch irgendwann, die weiß, weiß ich, aus Brucht kriegt. Deswegen, ja, ich bin da auch kein großer Freund von. Früher war es faszinierend, darüber nachzudenken. Ja. Die Sache ist halt nur, desto weiter One Piece voranschreitet, desto weniger relevant wird dieses Thema für die allgemeine Story und desto weniger will man es überhaupt auch noch sehen, weil es mittlerweile so ein alter Schuh ist und so abgekaut ist und auch so, ja, halt einfach nicht mehr ins aktuelle Geschehen passt. so, was will ich jetzt mit irgendwelchen komischen antiken Monstern? Wir haben so Nisha als antikes Monster, wir haben die Seeungeheuer auf der Fischmenscheninsel, wir haben fucking im, der irgendwelchen Sachen Inseln ausradiert und Löcher ins Meer stempelt. Und anscheinend den Meeresspiegel erhebt. Ja, also da kannst du mir jetzt mit irgendwelchen komischen Riesenblobs wegbleiben. Das ist bestimmt hier Varazumi aus Fischmensch Island, hier der Riesenmönch. Aber zwei Punkte habe ich tatsächlich dazu. Zum einen, es kann ja ruhig was sein. Ganz ehrlich, es kann ja ruhig irgendein Monster sein, aber ich glaube tatsächlich, es wird gar keine Relevanz mehr haben, weil wie du schon sagst, wir sind viel zu vorangeschritten. Es ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß, das dann halt einfach zu zeigen, weil welche Relevanz hat es außer Gekomoria taucht nochmal auf und hat es gezähmt, um Kaido damit zu besiegen. Dann auf jeden Fall, dann bin ich großer Fan davon. Aber man, let's be real. Am Ende, wir haben es jetzt in Water 7 ja auch schon gesagt, Oda hat angefangen, sich an neuen Genres auszuprobieren, Murder Mysteries, so Rescue Plots irgendwie. Jetzt hier hast du natürlich Horror, Thriller, solche Sachen, an denen er sich probiert. Halloween. Halloween Theme so. Und da gehört es einfach zur Genre-Konvention dazu, dass du am Ende auch voll oft bei so, keine Ahnung, so Horror, wo dann der Mörder gefasst ist und du dann merkst, aha, aber dieser eine Mord, der ist vielleicht gar nicht durch den Mörder entstanden. Dü, dü, dü. Und dann endet es. Es ist halt das... Oder irgendeine Puppe macht noch die Augen auf, so und du merkst, ey, der Spuk ist nicht vorbei. Es ist halt die klassische verdorrte Hand, die dann doch nochmal aus dem Grab oder aus dem Lava-Becken so rauskommt. So ein kleiner Shot noch und ich glaube, das war Odas Intention von, ha, in Wirklichkeit haben die zwar das Geheimnis der Thriller Bark gelöst, aber nicht das Geheimnis des Florian Triangles und da ist was. Aber dadurch, dass das Florian Triangle einfach im Paradies liegt und wir da auch jetzt nicht mehr zurückkehren werden, glaube ich auch nicht, dass das in irgendeiner Form noch relevant wird. Auch wenn es, wie du schon richtig sagst, schön ist, drüber zu spekulieren, weil das macht One Piece aus und das ist nämlich der zweite Punkt, warum Leute ja erst darüber diskutieren, weil Odas eben der King of Foreshadowings ist. So, der baut relativ early Dinge ein, die dann später nochmal relevant werden, aber hier glaube ich es tatsächlich nicht. Das sollte nie ein Foreshadowing sein. Das sollte einfach den Abschluss für den Ark bilden und wäre es nicht das Horror-Genre gewesen, hätten wir die Szene gar nicht. Ey, ich freue mich, wenn wir in zwei, drei Bänden genau die gleiche Diskussion nochmal am Ende des Bandes haben, weil wir das da auch nochmal thematisieren müssen. Aber wir haben es überheckt, warum nicht? Also tatsächlich sind es sogar noch ein paar Bände, fünf Bände hat Thriller, doch sogar 50 Chapter, ja. Krass. Und dabei, finde ich, passiert hier eigentlich schon ziemlich viel. Ja. Wir kriegen ja instant Brook vorgestellt, der da mit seinem Geisterschiff aus dem Nebel herauskommt, der so, ja, die erste Bedrohung sein soll. Es wurde ja vorher schon gesagt, so, da gibt es laufende Skelette und so, das ist ganz schrecklich und dann treffen die eben direkt auf so ein Skelett und natürlich hat unser Weichei-Trio direkt Schiss, während Ruffy natürlich einfach komplett, ja, freigeistig direkt fragt, ob sich Brook nicht der Crew anschließen will. Hier geht es halt wirklich mal Schlag auf Schlag. Das ist auch so ein bisschen der Joke, den sagt Ruffy ja häufiger schon, sag, willst du meiner Crew beitragen und hier wird der Joke halt zur Realität, ne? Ich meine, auf Thriller Bark wird das auch intensiviert, später fragt er den Baum und all möglichen anderen Viecher, wird dann aber halt abgesägt, während hier er weder abgesägt wird, noch, und das ist für mich viel relevanter, uns ähnlich wie mit den Haki-Blitzen oder hier auch ein bisschen zeigen will, hey, das ist hier gerade kein Scherz, so, weil es ist halt fucking Double Spread, auf dem die sich gegenüberstehen, zum ersten Mal überhaupt begegnen und das so in Szene zu setzen und Ruffy direkt diesen, diese Frage stellen zu lassen und Brook, der halt auch, ne, komplett chillig so, ja, geht klar, mach, können wir machen, ähm, das hat mich damals schon beeindruckt, obwohl ich, und das finde ich so schade, wusste, dass Brook beitritt, deswegen, man sich das dann nie so richtig gefragt hat, ähm, aber es hat mich damals schon überrascht, weil es war immer Terz, immer, so, es gab keinen, der einfach mitgekommen ist, so, jeder musste zehnmal Arsch getreten werden, bis er dann gesagt hat, alles klar, während bei Brook ist halt von Anfang an wirklich, ey, sehr gern, und wir erfahren ja dann noch im Laufe des Chapters ziemlich schnell so, ja, immer noch gern, aber geht halt aus praktischen Gründen halt einfach nicht, ähm, was aber halt kein, oh, ich kann nicht mit euch mitkommen, weil ich euch gefährden würde, oder weil, äh, ich es nicht wert bin, oder whatever, sondern, ja, es ist halt literally gerade unmöglich, und das kann man dem Bro dann auch nicht verübeln. Absolut, ich habe tatsächlich gerade schon, weil man sieht den, also leicht angedeuteten Jolly Roger von dem Schiff, und man sieht es später auch noch mal etwas genauer, ähm, vom Brookschiff meinst du? Genau, vom Brookschiff, wir wissen ja, dass es sich dabei um, weil ich, das war meine Frage, also mittlerweile, es ist halt klar zu dem Zeitpunkt, aber ich war halt so, ey, ist das das Schiff der Rumba-Piratenbande? Aber ja, es ist halt noch das, auf dem er unterwegs ist, und man sieht den Jolly Roger, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, bei den Chaptern von, vom Reverse Mountain, man sieht zwar den Captain damals, aber man sieht hier, oder sieht man es doch, nicht die, den Jolly Roger, der, doch, hier, doch, 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 jetzt habe ich es. Dann haben wir das doch damals hundertprozentig thematisiert beim Bender Talk, oder nicht? Das müsste sein, mir geht es ja gerade darum, weil, wir sind jetzt in einer Zeit, da wird auch schon im Internet über One Piece diskutiert, ich habe es jetzt tatsächlich nicht nachgeschaut, ob fündige Leute schon zu diesem Zeitpunkt wussten, bevor die ganze La Boom Thematik erst in ein, zwei Bänden aufkommt, dass das das Schiff der Rumba-Piratenbande ist. Es wurde ja angeteased, ey, die sind niemals zurückgekehrt, wahrscheinlich sind die gestorben, und du siehst hier echt in Chapter 104, ganz klein natürlich, aber du siehst den Jolly Roger der Rumba-Piratenbande und du siehst halt, das ist nämlich das, was das Besondere eher ja ist, wenn man das Schiff später nochmal sieht, dieser Mast da vorne mit diesem, ich weiß gar nicht, was das sein soll, ein Bulle mit den Hörnern, ich weiß gar nicht, was ist denn deren Mast für ein, ich suche gerade auch, warte, sieht der besonders aus? Jaja, es ist halt ähnlich wie die ja eine Flying Lamp oder einen Löwen haben, es ist bei denen, zumindest in Chapter 104, es ist halt so, ich weiß gar nicht, was für ein Tier das sein soll, tatsächlich. Also, du siehst halt hier das Schiff, er ist nur von hinten, aber dann siehst du es von vorne, hat aber keine Gallionsfigur. hat keine Gallionsfigur tatsächlich. Dann, wo, dann ist es vielleicht ein anderes Schiff, aber trotzdem mit dem Jolly Roger auf jeden Fall. Finde ich halt spannend, ob Leute das damals schon irgendwie spekuliert hat, na, vielleicht ist er einer der Rumba-Piratenbande, weil die Hinweise, auch gerade das mit diesem angetiesten Jolly Roger, das hat ja Oda extra nicht komplett gezeichnet, nur so leicht schattiert, das sind schon Hinweise, die er gerne gibt, dass du spekulieren kannst und da ja umso schöner, wenn das halt später rauskommt, weil ich glaube, das war der Punkt, wo alle sold waren, ja, Brooke kommt mit, so auf den Punkt, wo man die Labou, Boom-Story halt noch hatte, die ja auch sehr early und established wurde, plus einer der ersten Bandmitglieder, die Ruffy haben wollte, das hat er, glaube ich, in Chapter 7 gesagt, dass er halt, Koch und Musiker, Koch und Musiker, dass Musiker, und später, wo dann Ruffy, wo Zorro zerschnitten ist und nach dem Alon-Park gefixt wird von dem Arzt, sagt der Arzt halt, ey, ihr bräuchtet auch einen Arzt in eurer Bande und Ruffy so, ja, und ein Musiker. Da war es halt auch wieder so und deswegen, ich finde es halt krass, dass der Musiker dann doch so lange auf sich warten ließ, bis der dann irgendwie hier relevant wurde. Ja, weil es halt am Ende dann doch die Realität war, die, die eingeholt hat und der Musiker war halt nun mal nicht der wichtigste. Nee, das ist ja auch, der Musiker ist ja auch eines der wichtigsten Argumente für Ruffys wahren Traum mit Party und whatever, weil er halt durch Shanks gelernt hat, ey, du kannst nur richtige Piratenpartys machen, wenn du auch einen Musiker in der Bande hast. Obwohl wir bei Shanks Bande eigentlich nicht wissen, wer der Musiker ist. Dann machen die alle zum Teil die Musiker. Ja, probably, aber die haben ja nicht einen dedicated Dude, der gefühlt alle Musikinstrumente spielen kann. Der Affe, ja, am Ende ist es der Affe, Alter. Monster, der Gute. Ja, aber Brook taucht hier auf, ne, finde ich auch cool, wie, man merkt schon, dass Oda ihn sehr stark charakterisiert hat, weil für einen Side-Character hat er zu viel Persönlichkeit, von denen, die Skull-Jokes immer, die Poop-Jokes, die mit jedem Strohhut interagiert er schon so ein bisschen, hat auch schon so kleine, mit Sanji eine Rivalität so, dann hast du mit Lissop und Chopper die Angst vor dem haben. Es ist selten, dass Oda, wenn ein neuer Charakter, so ein Nebencharakter ist, meistens ja Raffi, ja, der mit der Person interagiert und nicht schon die ganze Bande. Ich finde wirklich, dieses Chapter, wo er auftaucht, das ist fast schon wie so ein eingeschobenes, ja, damit die den schon kennen. Ja. Weil es ist halt wirklich, die treffen den. Die haben zwar Angst vor dem, aber er bedroht die gar nicht. Es gibt, ganz schnell werden halt diese, diese Reservationen aufgehoben, er wird an den Tisch gesetzt. Wie ich gesagt habe, die finden sich halt wieder im Inneren der Thousand Sunny wieder, um auch die Thousand Sunny noch ein bisschen zu zeigen, ne, wie groß und wie viel Platz da jetzt halt ist. ähm, und wird da eben von denen verköstigt, da zählt, wie du sagst, seine Jokes und, ähm, ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen uncharakteristisch, weil normalerweise, wenn so neue Figuren auftauchen, dann, dann bringen die direkt irgendeinen Konflikt, irgendeinen, äh, Argwohn oder sonst irgendwas mit und hier ist es halt echt einfach nur dieses, ja, ja, wir chillen halt rum, wir machen halt unser Ding. Na, wobei, jetzt, wo ich so gerade erzähle, ich mein Mr. Two lief ja ähnlich. So, da ist auch, der kam, der wurde gefeiert, von den Dummköpfen, die Schlauen, waren argwöhnisch und dann war er wieder weg. Aber da habe ich das Gefühl, das war, ich kann mich irren tatsächlich, ich schaue gerade nochmal nach, dass das kürzer war, dass das so ein halbes Kapitel nur war. Der war dann kurz und dann war der auch wieder. Der hat auch kein Double Spread bekommen, wo Raffin direkt gefragt hat, schließt du dich meiner Bande an? Oder, oder hat sich dann retrospektiv gesagt, ja klar, stimmt Viktor, du hast recht, deswegen wird er auf Impel im Impel da und dann fast ein Nackermann. So. Aber ja gut, er taucht hier auch auf, doch, doch, er ist eigentlich schon das Chapter, aber wobei, er ist ein drei Viertel vom Chapter da und gegen Ende ist dann Vivi realisiert, dass er wahrscheinlich böse ist. Also da wird es dann direkt schon aufgelöst. Ich will jetzt auch keine Screentimes auf die Waagschale legen, so, ob er jetzt ein halbes Chapter mehr oder weniger hat. Aber es stimmt schon, oder ist eher selten, dass der so ein Charakter dann so established und charakterisiert. Aber zumindest, Mr. Two hat ja ein Change of Heart selbst am Alabaster Ark gehabt. Da wird er ja auch am Ende und rettet die Strohutbande. Ey, jeder, der mit den Ströten feiert, das ist halt so, ne, wer, wie scheiße ist das? Wer Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Ja, und bei Brooke, ich finde es halt crazy, weil er halt, du kriegst echt viel von ihm mit, auch dieses mit der Milch, dass er sich dadurch regenerieren kann. Seine Teufelsbrucht wird direkt erklärt, so. Wer sogar erklärt, wie es dazu gekommen, ne, dass er ja jetzt, wo wir auch drüber reden, ich finde es auch sehr, weil Brooke ist ja laut dem Data Book Green, wenn man den Skizzen traut, und die sind ja auch von Oder, war Brooke auch schon von Anfang an geplant, der sollte der, also ein Skelett sollte der Musiker sein, der immer Skulljokes macht und irgendwo jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja klar, Alter, Piraten, Jolly Rogers, natürlich hat der Kirch der Piraten auch ein Skelett mit Jolly Roger sozusagen in seiner Bande. Und wie wir auch vor ein paar Bänden gesagt haben, schon vor ein paar Podcasts gesagt haben, natürlich auch ein Skelett als Musiker nach den alten Cartoons, wo sie Xylophon auf ihren Britten gespielt haben. Was Brooke immer noch nicht gemacht hat. Ja, aber vielleicht noch kommt. Ganz am Ende. Vielleicht noch kommt, ja. Zieht er das so durch. Aber saß er schon mal an einem Schlagzeug? Doch, oder? Weiß ich nicht. Auch nicht, glaube ich. Er hat seine Band auf jeden Fall nach dem Timeskip, aber da spielt er Gitarre. Ja, ja, da ist seine Gitarre. Geige, Gitarre und Klavier hat er Safe gespielt, keine Ahnung. Flöte doch auch irgendwie mal, oder nicht? Saxophon aber auf jeden Fall. Boah, ganz ehrlich, vielleicht sogar ein Film, weil da könnte ich es mir ja vorstellen, dass man da Brooke Musiknummern und er macht Party macht und dann... Aber Soul King sieht man auf jeden Fall auch mit einem Saxophon und nicht nur mit einer Gitarre. Kann sein, tatsächlich. Sehen wir ja dann, wenn wir so weit sind, tatsächlich. Falls Brooke hier der Bande beitritt, man weiß es ja noch, kriegt er seinen Schatten zurück oder vielleicht auch nicht? Weil das ist nämlich das Problem. Er wird ja direkt mitkommen, aber, wie er sagt, sein Schatten wurde ihm genommen, deswegen existiert er nicht im Licht. Er ist ein Vampir. Quasi. Das ist ja auch das Theme wieder. So, oh nein, er hat kein Spiegelbild. Lissop von Chopper, wirklich dieses Duo, wenn die Angst haben oder was nicht verstehen. Ja, Lissop auch komplett. Einmal einer von Helsing mit dem Knoblauch und dem Kreuz und so. Banner, was er auf dem Rücken trägt mit Exorzismus die ganze Zeit. Genau. Viel zu gut einfach. Was da halt noch fehlt, aber ich glaube, das sieht man zwischendurch, macht er das auch noch. Im Japanischen gibt es ja diese Abergläubischen, die dann gerne noch so eine Bandana haben mit so Kerzen drin. Ja, ja, ja. So, das fehlt ihm noch. Und so Bandpapierchen, die er irgendwo drauf klebt. Und diesem komischen Papierwedel. Ja, Mann. So. Die du, ach, Alter, ich muss da direkt an der Ich muss da an Mob Psycho 100 denken. Ja, ja, ja. Save das. Und es gab doch für die SNES Hokey und Pokey oder so heißt das Spiel. Das ist auch so Double Dragon mäßig. Du kannst alleine spielen oder zu zweit und das ist so ein Beat'em up halt. Ja, so Beat'em up, wo du halt von links nach rechts die ganze Zeit sozusagen gehst. Und da spielst du halt auch so einen Jungen, glaube ich, der halt auch solche, weil du kämpfst halt gegen Yoka ist. Und dann hast du aber auch so ein, ja, so ein, ja, wie heißt denn das? So ein Tanuki, der aber auch irgend so ein Yoka ist. Und dann kannst du einfach den Jungen oder diesen Yoka spielen. Und die haben, glaube ich, auch dieses Wedel-Ding als eine Attacke. Klassiker. So. Ach, ey. Aber ja, auf einmal taucht hier auch ein Geist noch auf, wo wir auch noch nicht wissen, wer das ist. Oh, du, du, du. Dieser Geist, ja. Maybe Teufelsbrucht. Maybe gibt es wirklich Geister in One Piece, wer weiß. Und, äh, ja. Geister, Geister. Weißbrot. Warum sitzt der auf der Toilette? Ach, ey. Ich verstehe es nicht. Ja, das ist Geister. Ähm. Ich habe übrigens irgendwann mal gelesen, im Englischen ist das ein besserer Joke mit dem Weißbrot und Geister. Ich weiß aber nicht mehr genau, was, weil die sagen halt Ghosts, 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 Toast. Ah, ja, ja. Genau, das ist nämlich der Joke. Trotzdem, selbst weiß, wo Brot funktioniert. Ja, ja. Das ist halt so stumpf ist. Ich finde auch dieser Joke mit, wo sie da in der Grube sind und dann, äh, wo, wo, genau, mit Klaus, Klaus, Klaus. Da ist es ja auf Englisch, dass er sagt, ja, he's claustrophobic. Und dann sagt Patrick, was heißt denn das? Und Spotschop, ja, er hat Angst vor Santa Claus und dann ist es halt Klaus, Klaus, Klaus. Und auf Deutsch ist halt, ja, hat Angst vor dem Weihnachtsmann. Genau. Was halt vor dem Wortspiel halt nicht so funktioniert. Trotzdem witzig ist. Weil ich immer noch in Erinnerung habe, dass es im Deutschen synchronisiert war, dass er vor Leuten Angst hat, die Klaus heißen. Ja, genau. Ja, stimmt, das war's. Das hat nichts mit Weihnachten mehr zu tun. Genau. Aber es ist dann, stimmt, das war's, das war's, ne, mit dem, dass er Angst vor Leuten hat, die den Namen Klaus haben. Genau. Was aber gar keinen Sinn ergibt, ne, so. Ja, noch weniger, genau. Aber trotzdem witzig ist es in dem Moment. Ich finde auch genau wie mit Tomate, Tomate, Tometo, Tometo. So, so. Ne, stimmt, ne. Doch, ich glaube, so ungefähr ging der Joke, wo, wo Spongebob was sagt, ne, oder, ne, Plankton was sagt und Spongebob es danach spricht und es auch so stumpf einfach ist, wo ich so denke, ey, einfach in dieser Stumpfheit ist der, ist der Joke drin. Ja, das ist halt in einer Riege mit, nein, hier ist Patrick. Und, äh, dem Joke, wo ich, den ich immer Spongebob zuschreibe, der aber halt einfach aus Shrek kam, mit, äh, Shrek, Fiona, Shrek, Prinz, Esel. So, wo er dann so dazwischen springt und es ist so, Esel sagt. Ähm, genau. Ja. Oder die 2000er. Die guten. Ja. Das ist übrigens Shrek 2. Ähm, genau. Aber, jetzt kommen wir ja langsam im Flabag an. Brooke verabschiedet sich und sagt denen noch so, ey, lasst euch hier nicht allzu lang aufhalten, das ist ein gefährlicher Ort. Sie sind ja dann von diesem Maul sozusagen gefangen genommen worden, das Tor hinter ihnen hat sich geschlossen. Was sie vorher nicht erkannt haben und wir haben jetzt quasi die, äh, Foxy-Situation 2.0, nur dass es halt nicht dieses komische Schiff mit den Katzenkrallen war, was die da eingekesselt hat, sondern ein noch viel, viel, viel größeres Schiff. Benni hat's vorher schon gesagt, die Flabag aus dem West Blue, ähm, die hier jetzt sich, äh, West Blue, West Blue, die sich hier breit gemacht hat, äh, und die Ströte befinden sich jetzt in ihren Hunting Grounds. Beziehungsweise, das ist nämlich die Frage, wer hier von wem gejagt wird. Ähm, Benni, du hast es halt am Anfang des Podcasts eben schon zusammengefasst, wir haben ja dann die Aufteilung, äh, ursprünglich sollten es ja Ruffy, Robin und, ich weiß nicht, ich glaub Sanji oder so wollten los, äh, fand ich übrigens auch wieder sehr schön, äh, zum Thema Strohhutdynamik, so, dass man hier auch Robin als normales Strohmitglied mitbekommt, dass Oda sich da einen Punkt draus macht, so, die ja dann auch sagt, so, ja doch, ich hab da Bock drauf, so, das hört so, Geister, Blut und so, mein Ding, äh, die ja hier so ein bisschen established wird schon als morbide Persönlichkeit. By the way, haben wir es im, wir haben es wahrscheinlich irgendwo im Water 7 Bender Talk gesagt, in all den Folgen, die es gab, aber ab dem Punkt hier, äh, gibt sie ja jedem Strohhut den richtigen Namen, nicht mehr den Titel, nicht mehr Captain, nicht mehr Koch, nicht mehr whatever, sondern jetzt ist es halt, ey, die haben halt Namen. Ja. Und sie spricht sie mit Namen an, was nochmal, genau das bestätigt, dass sie jetzt eben fix in der Bande ist. Auf jeden Fall, das fand ich cool, also, dass sie halt auch Bock hat, teilzunehmen, sie halt sagt so, ja Mann, so, so eine Insel will ich ja forschen und auch später, auch Frankie, der jetzt natürlich als neues Mitglied auch ein bisschen geshowcased werden muss, wo dann halt auch drüber geredet wird, so, äh, Bitch, ich bin Cyborg und kein Roboter, ähm, und, äh, der gute Joke, äh, dann später noch, wo, ja, genau in dem Dialog ja auch, wo Sanji zu ihm halt sagt, so, du bist auf jeden Fall schon irgendeine Abnormalität, aber kein Mensch. Und Frankie, dass er das Kompliment nimmt, weil ja im japanischen heißt es dann, sagen die dann immer, dass er ein Hentai ist, weil, äh, Sentai sind halt die, äh, Gundam Mangas und Anime, Sentai, so Roboter Transformations, und, äh, die sagen halt zu Frankie, er ist halt kein Sentai, er ist halt ein Hentai, ein Perversling, und das nimmt Frankie dann halt aber immer als Kompliment, entweder, weil er ist halt Kompliment, ein Perversling zu sein, oder eben, weil er ein Sentai sein will. Äh, in jedem Fall ist er ein großer, großer Hentai, auch in diesem, äh, Arc, nur in Speedos unterwegs. Nur in Speedos unterwegs, und ich finde auch hier, wo wir eben schon Foreshadowing so ein bisschen angedeutet haben, ist halt, dieses Soldier Dog System wird nochmal erwähnt, ja, aber es fehlt ja eine Zahl, weil er weiß noch nicht, mit was er es füllen wird, und tatsächlich, werden wir das hier auf Pre-Timescape auch nicht erfahren, womit das dann gefüllt wird, sondern erst danach. Aber wir kriegen sie hier alle aufgezählt nochmal, ne, die Schaufelräder sehen wir, wir sehen die Nummer 1, das ist ja quasi dieser Wafer. Genau. Äh, die Nummer 2 ist ja dann die, äh, Mini-Mary. Genau. Und die Nummer 3 war das, äh, Hai-U-Boot. Der Shark Submerge. Genau. Eigentlich echt alles auch nützliche Sachen, muss man sagen. es sind halt so diese typischen, ich glaube, was oder sich gefällt, was für Gadgets kann ich der Strohhutbande einfach noch geben und mit Frankie kann ich auch erklären, dass wir sie haben. Und dann ist es so, okay, der Wafer hatten sie, dann brauchen sie aber ein kleines Schiff, damit man nicht immer mit der Thousand Sunny überall hinfährt und dann aber, ah, unter Wasser erkunden. Weil das hatten wir ja auch schon damals im Jaya Arc so ein bisschen, da haben sie ja diese Fässer angezogen. Da hätten sie es halt gebraucht. Genau, da hätten sie es gebraucht, also das in cool. Genau, hat alles in ausgecheckt, so ihr müsst halt nicht mehr Lysops komische Konstruktionen benutzen. Das ist halt so wie in so einem Videospiel, wo du erst die schwache Version von was kriegst, was du dann benutzen darfst und dann aber, keine Ahnung, wenn du unter Wasser gehst, dein, keine Ahnung, dein Breath immer weniger wird und du dann auftauchen musst und dann irgendwann ab Level 30 oder so kriegst du dann halt das, wodurch du dann halt eben kein Breath mehr verlierst und so ähnlich fühlt sich das hier halt auch an. Das sind so diese kleinen Quality of Life Updates für die Strohhutbande. Und natürlich sehr sweet, dass es eben auch die Mini-Mary ist. Was ich am coolsten daran fand, ist, dass gerade Zorro war, der halt sagt so, wow, das ist aber eine schöne Geste von dir, Frankie. Natürlich, Zorro, der zusammen mit Lysop und Nami ja auch am längsten unterwegs war von Anfang an auf der Mary schon damals war, auf dem Lämmchen und hier dann auch Acknowledge, so zusammen mit den anderen Strohhüten, so, ja, wie geil, so, das ist echt cool und alle freuen sich so ein bisschen, dass halt die, ihr altes Schiff weiterlebt, so, so ein Stück weit. Das fand ich auch süß. Ich finde, das kam schon cool an. Guck dir auch einfach mal diese, also, das ist wahrscheinlich auch eins der wenigen Panels, in denen Zorro herzlich lacht. Ja, genau. Der hat sich richtig gefeiert. Das ist halt normalerweise Zorro, der kriegt kein D als Mund, der kriegt meistens nur so einen Strich, so, weil der halt sehr stoisch immer guckt. Der hat das wirklich gefeiert. Der hat das wirklich, also absolut, du siehst es ja auch bei jedem, nicht nur Ruffy, auch Frey, also auch Sanji, auch Robin, so jeder von denen, der es sieht, ist halt begeistert. So, weiß ich nicht, ist schon sehr, sehr sweet irgendwie. Zeigt halt auch wieder, dass Frankie da halt perfekt reinpasst. Auch wenn, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, so war es für mich damals zumindest, so dieses, ey, ja, irgendwie hat man Frankie noch nicht so gefühlt, so dass der jetzt in der Bande ist. Aber Frankie wächst halt voll ans Herz dann. Absolut. Und in dem Band merkt man das ja auch dann wieder, er ist ja auch ein riesengroßer Softie. Ja, sei es halt eben, ne, genau das mit, mit dem, sorry, mit der Mini-Mary, die er gebaut hat. Und, oder sei es eben, wo er dann später, jetzt habe ich leider vergessen, warum? Von so einem alten Opa. Ah, genau, die Geschichte. Die denken erst, das ist ein Zombie und dann ist so, nein, das ist doch ein alter Mann. Nein, das ist ein Zombie oder so. Doch, ich bin einfach nur ein alter Mann. Genau, der dann ja wegen seiner Geschichte dann weinen muss, der ihm ja auch nochmal quasi das, was Brooke schon erzählt hat, dass sie alle unterjocht sind von diesem mächtigen Mann und deswegen die Insel nicht verlassen können und das hat ja dann Frankie auch direkt zu Tränen gerührt. Ja. Aber der Gag ist da ja mit dem Mann, übrigens hatte ich noch viel besser, so der Gag ist ja eigentlich, oh nein, ein alter Mann mit schweren Verletzungen. So, nein, das ist ein Zombie. So, und dann, stimmt, genau, und dann kam das, was du gesagt hast mit, oh nein, wieder ein alter Mann mit schweren Verletzungen. Nein, das ist erneut ein Zombie. Und dann so, nein, ich bin doch ein alter Mann mit schweren Verletzungen. Wo es dann halt hieß, at this point kannst du auch Zombie sagen. So macht jetzt auch alles keinen Unterschied mehr. Ja, ich weiß nicht, das ist halt echt so, wie viele Jokes oder da über Zombies sich, ja, ja, das will ich alles einbauen. Ja, gut war auch der Zerberus, der natürlich passend als Wächter zu den Höllentoren als erstes Vieh aufgetaucht ist und wo dann auch immer die ganze Zeit irgendwie die Gefährlichkeit dieses Zerberus in Frage gestellt wurde, weil, ja, aber das eine ist ja ein Fuchskopf, guck mal, der macht auch Kon, Kon, Kon. Äh, und man so ist so, ja, aber es ist immer noch eine tollwütige Fresse mit scharfen Zähnen. Und ich finde es generell, das ist halt wieder so typisch, oder ne, ja, ich baue einen Zerberus ein, aber halt meine Version davon. kaputt. Aber so kaputt. Und es ist tatsächlich, äh, ein weiteres Foreshadowing von Lissop. Hier in meiner Rubrik Foreshadows von Lissop oder Lügen von Lissop, die wahr werden. Es ist nämlich mit dem Zerberus, weil er damals Kaya auch erzählt hat, ah ja, ich habe mal einen Zerberus getroffen und wahrscheinlich auch gegen den gekämpft und ja, den bekommen wir hier im Thrillerbark dann zu sehen. Von dem er wegläuft. Ja. und nicht gekämpft hat. Die nächste Station ist dann ja, dass sie sich im Wald wiederfinden. Ja, ist aber vorher tatsächlich noch auf dem Schiff, also die eine Gruppe geht natürlich, auf dem Schiff taucht plötzlich jemand auf. Vor allem geht eine Luke auf und Ruffys Gesicht geht in die Dinge. Eine Sekunde, ganz kurz vielleicht noch mal als Klarstellung. Ursprünglich wollten ja eigentlich Robin, Ruffy, alle die Bock hatten, los. Aber, weil nämlich unser Schwächtlingstrio zu lange mit der Mini-Mary rumgespielt hat, sind die dann irgendwann getrennt worden vom Rest der Truppe. Also das nur deshalb, bis es überhaupt erst gekommen ist. War ja auch alles wie immer ein dummes Versehen. Und auch wieder der Klassiker. Die Crew teilt sich selbst auf eine bestimmte Weise auf und dann kommt es wieder ganz anders. Tatsächlich hier, und das ist ja so ein bisschen, wo du auch vom Podcast meintest, ja, so lang oder gerade dem Podcast, dass es nicht so lang geht. Die werden ja noch mal zusammengesammelt und wieder getrennt. Die kehren ja später noch mal auf die Thousand Sunny zurück und da schlafen dann ja unsere drei vom Monster-Trio. Und dann erzählt Lissop eine weitere Lüge, die im Dressrosa-Arc dann wahr wird, wodurch er beide dann weckt. Er sagt nämlich, eine weibliche Schwertkämpferin mit Fleisch ist hier. Und daraufhin gehen diese Blasen vom Schlafen auf. Und das ist ja dann später Rebecca, die wir dann im Corrida-Kolosseum treffen. Hier aber leider keine Schwertkämpferin mit Fleisch stehen, die auf dem Schiff auftaucht. Ein kleiner, anderer Perversling, den, wie der Onkel von Kevin McAllister sagen will, verschwinde, du kleiner Perversling. Der ist hier nämlich auf der Thousand Sunny unsichtbar. Aber schon noch da, ne? Ich finde es interessant, wie es halt hier spukt. Es sind halt alles irgendwelche Teufelsbrüchte oder magische Fähigkeiten, wer weiß, die hier den so Pranks machen. Es ist ja nicht mal gefährlich, gefährlich, sondern es wirkt halt alles eher noch komödiantisch, ne? So gerade Ruffys Gesicht wird gezogen, eine Klinge von Zorro, dann wird Ruffy geschubst. Robin wird von oben bis unten abgelenkt. It's just a prank, bro. Das habe ich jetzt zum Beispiel. Ach so, ja. Sehr unangenehm. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Also sie hat sogar noch zwei weitere Hände sprießen lassen. Ja, um sie irgendwie zu wehren. Ja, ja. Ja, schon ein bisschen weird. Ja, aber auch das wird noch weirder. Ja, ja. Zunächst reicht es, dass er hier keine leichte Beute findet und wieder abzieht. Ich finde es auch schön, wie Sanji hier auf so, ja, verdammt, ich muss bla helfen und dann will er so episch in der Luft springen und klatscht dann halt so mit dem Gesicht gegen Soldier Dog 2, weil er festgehalten wird, ne? Ja, genau. Aber das ist halt auch so, wo man so denkt, ah, natürlich, er hält eine epische Rede und den Neck im nächsten Moment. Und das ist auch vielleicht auch so der Groll, den hier, weil er fasst Ladies an und er hat ihn blamiert bei einem epischen Moment. Er ist die Version, die Sanji eigentlich sein will von sich selbst. Ja, du bist das, was ich nicht mehr wehren kann. Ja. Ja, und natürlich, dass er die Fähigkeit hat, die sich Sanji gewünscht hat, wo wir später ja noch zum Buch der Teufelswurchte irgendwann kommen in den nächsten Bender Talks. Ich glaube, da wird es zum ersten Mal erwähnt, ne? Oh ja, ich glaube schon. Genau, währenddessen das Schwächlingstrio wird ja dann von, wie hieß er? Hudson? Heißt der Typ so? Ich glaube, ne? Der Batman at Home, der da auftaucht und auch eine, kommen wir ja später noch zu, die Nummer 21 glaube ich trägt, eine sehr niedrige Nummer und ja, die drei eben in seinem Karren, in seinem, wie sagt man, in seiner Kutsche mitnehmen möchte und ja, ihn ein bisschen Ruhe für die Nacht gewähren will. Ich nehme euch mit in mein Schloss. Jaja, es ist wirklich, so wird alles, die dann halt auch erst einwilligen, aber dann halt auf halbem Weg dann doch sagen, so nee, lass mal doch lieber zurück zum Strand, weil, ne? Wir müssen ja den anderen noch Bescheid sagen. Chopper, der eigentlich schon voll Bock hat, weil es wird halt gesagt, dass sie ja zu Anwesen von Dr. Hockbergreisen, einem genialen Chirurg und Wissenschaftler, zu dem Chopper auch aufblickt. Ähm, und äh, ja, obwohl er gerne dahin würde, äh, fügt er sich dann trotzdem den Worten von Mama. Der Nami sagt, nee, äh, geht leider nicht und dann willigt halt eben auch hatzen. Heißt der so? Kann gut sein. Achso, ich dachte, du warst dann guckst, nee, ja, ich hab ihn hier, wo sie einsteigen und so, aber ich hab jetzt den Namen. Alles gut. Urgebeke und dann Hilden heißt der hier auf deutsch. Hilden. Ja, vielleicht heißt der. Genau. Und dann fängt's halt alles schon so ganz inkonsequent wieder an zu sein. Es ist auch so eine komische, weirde Truppe, diese ganzen Zombies. Äh, will die, genau, will die zum Anwesen bringen, ähm, und dann sehen erst den Löwen, äh, Lysop, Lysop sie, glaub ich, den Löwen und dann sehen Lysop und Nami und Chopper alle drei nochmal, ja, quasi, äh, einen Ausschnitt aus, äh, Nightmare Before Christmas, wo dann die ganzen, äh, ja, Zombies aus dem Wald, eine Katze im Baum und hast du nicht gesehen, alle da rumtanzen. Äh, was der gute Hilden den aber nicht richtig abnimmt. Das ist dann der Auslöser, dass sie dann doch lieber zum Strand zurück wollen. Da taucht auch schon der Crackbaum auf. Genau, der Crackbaum ist am Start. Middle-aged, äh, tree, wie ihn, äh, Raffi tatsächlich später nennt. Ähm, und, ja, Hillen sagt, okay, wenn ihr wieder nach Hause wollt, machen wir das. Ich sag kurz Bescheid und ließ sie dann halt einfach zurück. Äh, warum? I don't understand. Hätten die nicht gefragt? Hätte er sie bis zum Anwesen gebracht? Was ist die Idee? Ist die Idee, von Zombies zerfleisch zu werden? Ist die Idee, in Hockbecks Labor zu kommen und dort von ihm, wer genau, in wessen Fängen befinden sie sich gerade? Weil es kommt mir halt eher so vor, als hätte Hild auf halber Strecke gesagt, ich hab keine Lust mehr. Ja. Hier, lasst uns ein bisschen ein Thriller-Musikvideo spielen. Ja, so, ne, entweder ihr schafft es jetzt selbst oder ihr werdet schon auf dem Weg kalt gemacht. Mir jetzt eigentlich auch egal. Äh, irgendwie ganz komisch. Dafür, wie viel Organisation uns hier in dem Band eigentlich immer wieder, äh, vor die Nase gedrückt wird. Sei es halt, ne, dann später mit, äh, diesen ganzen Zombies in Anwesen, die ja irgendwie alle angeführt werden und dann später auch noch mit den großen Spooks, die halt alle generele sind sozusagen. Eigentlich herrscht ja komplette Zombie-Anarchie und alle machen, was sie wollen. Äh, so wie dann eben auch, Benni, du hast es angesprochen, äh, die Thriller-Zombies, die dann auftauchen auf dem Friedhof. Ja. Nicht am Dancen, aber am Spooky-Sein, ne. Finde ich ein sehr cooles Panel tatsächlich, wie die halt, dieses Typische, ne, aus der Erde kommt eine Hand raus. Aus, ein halber Oberkörper ist schon draußen und dann, äh, ja, werden die, das Angsthasen-Trio wird hier, äh, attackiert. Aber sie kriegen es alle irgendwie hin, ne. Sie schaffen es, äh, durch diverse Fähigkeiten, ob mit einem Klimataktstock oder Chopper mit seinem, äh, ich weiß nicht, das ist der Armpoint, wo er so bulky wird. Ist das nicht noch sein, ist das nicht seine Menschenform, seine normale, in die er sich da verhält? Aber hat der, hat die nicht einen Namen? Ist das nicht einfach, der ist ja nicht Hybridform. Es ist ja. Ich glaube, das ist ja einfach nur seine Yeti-Form oder nicht? Genau. Ich glaube, die hat keinen Namen. Aber haben die nicht alle einen Namen? Ich meine, später hat er für die alle Namen, weil die ein bisschen verfeinerter sind. Also zum Beispiel sein, seine normale Form ist ja so mehr oder weniger der Brainpoint, wo er halt klein ist. Aber das ist ja tatsächlich auch, der Brainpoint ist aber ein anderer Point, als wo er einfach nur klein ist. Aber es ist dasselbe Design. Dasselbe Design, genau. Und deswegen frage ich mich ja gerade, ob das, weil, ob die keinen Namen hat oder einen Namen halt hat, weil. Ja. Ich meine, sie gibt's ja auch nicht mehr. Ja. Er benutzt sie ja wirklich nicht mehr. Ja, doch, manchmal. Pankazat hat er sie mal benutzt. Das war die Kung-Fu-Forme, der da drauf ist. Nein, nein, nein. Pankazat hat er es einmal, als er mit Mocha geredet hat, mit diesem Mädel, hat er die benutzt, wo sie gegen die Tür sind und dann sagt er, Ruffy wird der König der Piraten. Da hat er nämlich sein, da wie in dem 15., 16. Jahrhundert, wo die Leute immer dieses um den Hals, den Kranz, den Kranz hat er da. Genau, aber das eben, das ist ja wieder eine andere Form. Nein, das ist die Form, nur dass er halt mehr bulky ist. Aber der hat hier keinen Kranz. Den hat er nach dem Timeskip-Viktor. Das ist ja das neue Design. Das ist die Form. Es ist halt nur Ja, es ist eine andere Form für mich. Ja, ja, es ist leider nicht so. Mehr Muskel und Aerodynamik. Chopper sieht ja nach dem Timeskip auch anders aus als Pre-Timeskip. Deswegen, das ist schon die Form, nur dass er halt deutlich mehr bulky ist. Das ist ja das, was Oda zeigen will. Ah, guck mal, wie stark er geworden ist. Und der Kranz ist halt generell so dieses, weiß ich nicht, ob man das Design-Element gebraucht hätte, aber an sich. Ja, dagegen habe ich nichts. Es läuft halt. Du hast aber recht, du hast aber recht. Er nutzt halt viel, viel, viel häufiger den Kung-Fu-Point. Weil er süßer ist. Ja. Und Oda ist neue Form, die er sich ausgedacht hat. Also ist halt auch so. Ich habe ja wirklich das Gefühl, einfach Kung-Fu-Panda mit Chopper fusioniert. Aber stimmt, ich frage den gerade. Ich glaube, gegen Big Mom hat er diese Form nochmal eingesetzt, wo sie auf dem Schiff dann ist, um sie irgendwie vom Schiff runterzukriegen. Und that's about it. Ich weiß nicht, ob er auf Onigashima diese Form eingesetzt hat. Da hat er einmal den Monster-Point eingesetzt. That's about it. Also wirklich, Chopper hat ja nicht krass gekämpft auf Onigashima. Nee, nee, der wurde die ganze Zeit verloren getragen. Und ja. Aber wie gesagt, das ist halt, ob es einen Arm hat, können ja mal in die Kommentare schreiben, sonst schaffen es. Sie hauen hier auch Köpfe weg. Dieses typische, wenn man gegen Zombies kämpft, man haut den Kopf weg und der Kopf kann sich immer noch bewegen. Hier in dem Fall spielen die Zombies einfach mit dem Kopf. Hey, du hast deinen Kopf verloren. Hier bitte. Dankeschön. Das sind halt so diese typischen Sachen, die man so kennt, die man erwartet. Sie feuern aber Feuer. Nee, das sind die Zombies. Nee, nee, nee. Das ist Lissop, der mit Feuer die abschießt. Der das früh als Schwachsteller kennt. Genau. Und das wird ja im Schloss später nochmal wichtig, wo er auf den Kronleuchter dann springt, wodurch man so ein bisschen die Schwäche von den Zombies auch schon hier erfährt. Eine der Schwächen. Eine, genau. Die andere kriegen wir von Brooke, glaube ich, dann mit dem Salz. Ja, genau. Das Salz wird dann der nächste Schritt. Diese komische Spinne da, glaube ich, die dann besiegt wird. Ja, da läuft's, da läuft Brooke nämlich so richtig, das, da kriegt einen coolen, coolen, coolen. Da kriegt er den Zorro, den Moment kriegt er dann, nur mit dieser Resi, nur die Zombie-Version davon. Absolut. Also nee, Schwabaku ist schon geil. Und man muss auch sagen, wir haben viel, sag ich mal, von diesem Gäckigen, die Story bewegt sich nicht wirklich weiter, Dinge in dem Band nämlich abgehakt, denn relativ schnell kommen sie dann auch ins Anwesen an. Ich dachte tatsächlich, du sagst, ja, viel von diesem Gäckigen und bla, das passiert dann hier noch und auch im Band und es geht ja nicht weiter und in meinem Kopf so, bis Gekko Moria dann sagt, Strohhut, ich habe auch meine ganze Bande verloren, so Kaido von der Kaiser, bla. Der Plot, kannst du ihn nicht riechen. Ja, ja, aber stimmt eigentlich, ne, Thriller-Vark in sich geschlossen. Es ist halt so, One Piece hätte auch funktioniert ohne die Thriller-Vark. Ja. Aber es passieren sehr viele epische Momente noch tatsächlich. Andere würden sagen, One Piece ist genau sowas wie Thriller-Vark. Es ist eigentlich genau das. Es ist, es gibt so leichte Early-One-Piece-Vibes, ne, so dieses, wo die Welt noch nicht so Weltregierungs- lastig war und man noch nicht in Komplotte und Revolutionen und wir müssen die Welt jetzt verändern, weil wir Götterfrüchte haben behandelt. Hier ist Raffi nur ein Gummimensch, der Käfer sammeln, aka Geister sammeln möchte. Hat halt gerade erst seine Beefs abgeschlossen. Ja, aber sorry, ich hatte dich unterbrochen. Du meint, du warst in dem Punkt, wo sie in die ins Schloss, glaube ich, kommen, ne, dass sie, dass das recht schnell abgefrühstückt wird, ne. Im Großen und Ganzen schon. Die finden ja ihren Weg dahin. Äh, auch Hilden, äh, braucht keine Erklärung abzuliefern. Ist halt so, ja, mhm. Äh, die checken schon, dass alles irgendwie mega weird und dumm und abgefuckt ist, aber machen halt mit. Und man fragt sich halt auch so die ganze Zeit, wo sie dann auch auf Hockback treffen und mit ihm reden und dann auch am Tisch sitzen und so. Wer spielt diese Scharade gerade ernsthaft mit, außer Chopper? So literally außer wahrscheinlich Chopper, der wirklich nicht checkt, was geht. Und ein bisschen Hockback am Anfang noch, aber sehr schnell eigentlich auch nicht mehr. Weil eigentlich ist das halt eine so schlechte Scharade, die hier abgezogen wird von den Zombies und so, dass es halt schwierig ist. Ups, sorry. Äh, auch, ne, diese scheinheilige Ausrede mit, ja, ich bin hier, um die Zombies zu studieren, bla 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 bla. Ach, I don't know. Ich mein, ja, du brauchst halt irgendwie diese Rampe, um diese Charaktere da alle zu zeigen und brauchst auch die drei Schwächeren in der gefährlichen Situation, aber wofür diesen Trope dann noch einbauen von ah, ihr wisst, man ist sich nicht sicher, ob man in Gefahr ist oder nicht, weil doch, alle sind sich ständig sicher, dass sie in Gefahr sind. Wir haben die Zombies gerade schon gesehen. Wir haben die Zombies draußen gesehen, wir haben Zombies drinnen gesehen. Wir haben ein Skelett hier, was auf irgendeinem random Boot war. So, der Typ, der uns eigentlich hinbringen wollte, hat uns einfach irgendwo zurückgelassen, jetzt chillt der hier, so, und sagt halt auch einfach nur, ja, tough luck, so nach, you mad bro. Und man ist halt irgendwie so, what the fuck, aber ja, das hält Nami trotzdem nicht davon ab, sich in diese wildfremden Wohnungen unter die Dusche zu stellen. Natürlich nicht, ohne ihre beiden Wachhunde vorher dort zu platzieren, die auf sie aufpassen sollten. Und ich glaube, das ist halt, man, dieses ganze Menschen-Ding und überhaupt die drei, das ist halt einfach, Oda will die ganzen Klischees abfolgen. Ja, klar. Auch das Klischee mit dem verrückten Wissenschaftler, zu dem sie kommen, das ist Human Centipede, das ist auch hier Psycho, nur ohne das Messer und die Musik, weil natürlich ist sie unter der Dusche und dann kommt jemand und sie wird angegriffen, ne. Das sind halt alles so richtig, richtig klassische Sachen. Nur halt eben im One-Piece-Stil dann halt, ne. Aber ja, natürlich die Inspiration, man erkennt halt auch eben diese Zombies, ich musste sofort an Thriller denken, weil es halt, glaube ich, schon dieses, ah ja, so ein Vibe soll's ja auch, so in einem Friedhof und alle kommen da raus und machen halt auch... Ja, die sind koordiniert. Ja, genau. Zum Teil im Anime, finde ich, fällt das noch mehr auf, da machen die auch mehr Moves noch und so. Ja, und gleichzeitig halt auch dieses, ich find's halt gerade bei den Artworks merkt man's hier, wahrscheinlich kommt das im Anime gar nicht so krass rüber, weil's halt der klassische Anime-Stil ist und ein bisschen dunkler gehalten wird, aber die Shadings hier teilweise, wie die Charakter schattiert sind, wie die Gebäude gezeichnet sind, wie auch Backgrounds, das hat alles so einen gewissen Schatten-Effekt irgendwo, was du sonst in anderen Arcs halt nicht so hast, also auch sehr stilistisch irgendwie in so einem neuen Stil, den Oda hier gerade probiert. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Daher, aber an sich, ähm, Absalom taucht hier ja nochmal auf. Ja, zum dritten Mal dann, nämlich, wo die alle vorgestellt werden. Vorher treffen wir auf Hockbeck. Genau, ich meinte bei Nah, ja genau, ja. Und auch auf Sindri, die da ja ihr, also sein, äh, sein, seine Battlerin ist so rum, verdammt, ey, Deutsche schwer. Manchmal. Ja, für mich oft. Und dort mit, äh, Zellern schmeißt wie mit Wurfstern, äh, tatsächlich aber auch nur was gegen Lysopat und ich kann mich bisher noch nicht daran erinnern, wieso, auch das werden wir später bestimmt noch herausfinden. Ich schätze mal, dass sie was gegen Männer hat. Ja, Hockbeck sagt ja später dann auch noch, also, wo er sie reinlässt, so, ja, wir können ja eine Ausnahme machen, heute dürfen mal drei Leute rein. Also, dass vielleicht doch was mit der Anzahl zu tun hat. Ja, das kann ich mich aber jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr dran erinnern, was da war. Genau, das habe ich auch nicht ganz begriffen, aber, ja, die, holen sie dann rein und du sagst es dann nach einem etwas awkwarden, äh, Abendbrot, äh, wo dann auch noch mal der Hass auf die Teller, äh, akzentu, akzentuisiert wird. Was Lysopat und Chopper und Hockbeck trotzdem nicht davon abhält, den, äh, wahrscheinlich doch schon leckeren Pudding von diesem Tisch. Ja, wo Hockbeck dann aber auch noch mal versichert hat, so, ihr müsst absolut sicher sein, dass diese, dieser Tisch komplett sauber abgeputzt wurde, weil wir mit sowas schon rechnen. Äh, wo ich mich dann aber auch wieder frage, auf dieser gesamten Insel, kann da irgendwas sauber sein? Ich weiß es nicht. Ja, Hockbeck ist doch bestimmt ein sehr, sehr kompetenter Arzt, der sich hier an alle, er ist ja ein Chirurg, wird er ja genannt, ne, also. Ich stelle mir vor, so, wenn, wenn diese Szene in echt und nicht in, äh, sozusagen Anime-Stil wäre, dann wird halt die ganze Zeit irgendein komischer Saft aus Sindris, äh, Nähten tropfen. Ja. Alles wird stinken und widerlich sein. Oh Gott, das ist ja... Sindri, hast du dich wieder einparfümiert. Ja, safe. Ich finde es auch generell, so dieses, es wird ja schon, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist das voll die Scharade, so, man kann die ja alle nicht ernst nehmen und spätestens ab dem Punkt, wo, Job war so voll begeistert, ist, ja, hey, dann kann ich dein Labor sehen und du kannst mir das zeigen oder so. Wagt es ja nicht, auch nur einen Blick in mein Labor zu werfen und, naja, Regeln müssen gebrochen werden von der Strohutbande, das wird natürlich später passieren, aber, ja, es zeigt ja schon, hm, irgendwie ist das alles ein bisschen crazy und ich schätze mal, hier auch verrückter Wissenschaftler, ich glaube, hier wird auch an Frankenstein, ist so ein bisschen die Inspo, weil wir sehen ihn ja später in seinem Labor, wie er an einem Zombie auch arbeitet, ne, so. Den hat er vor, wiederzubeleben und Chopper fragt sich auch noch, wie soll das geschehen, es ist nicht möglich, nach medizinischen Maßstäben kann man hier niemanden wiederbeleben, auch wenn er nutzt ja keine Medizin, Viktor, ja. Vielleicht auch das Voodoo. Lebenshaki. Wer weiß. Ja, ja, genau. Nur ein, ich muss an Star Wars denken, es gibt auch Fähigkeiten, die die Jedi nicht können, bla, Leute zum Leben erwecken, aber es gibt nur ein ganz besonderer, vielleicht ist ihm oder zu in der Lage, oder Dr. Hockbeck, nur er als Arzt und als Wissenschaftler hat es geschafft, Leben wieder zu erschaffen. Nee, das hat Vegapunk dann später geschafft mit den Klonen. Mit den Klonen, ja. Oder du hast eine besondere Teufelsbrucht, wie in dem Fall. Ich muss auch sagen, tatsächlich, das ist eine Sache, die später dann noch kommt, ne, wir erfahren ja von Gekomorias Teufelsbrucht und in der Auflösung am Ende kehren sogar Schatten in den West Blue zurück. Also hat nicht nur Brook, der ja im Dunkeln irgendwo lebt, aber es gab echt Leute aus Vega, aus dem Blue, aus dem Gekomoria originally stammt, die über Jahrzehnte wahrscheinlich ihre Schatten nicht hatten und random auf einmal den wiederkriegen. Ja. Echt sehr traurig eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt. Und der Dorn ist ja was Schönes. Das ist ja der Dorn. Aber es kommt doch alles noch, Benni. Ja, ich finde das so schön. Ja, wir haben doch von dem man noch was erzählt. Ich will es nicht vergessen, Victor. Aber ja, wir können es gerne dann thematisieren, aber es ist das erste Mal, dass der Dorn ein Antagonist wird. Ja, die Sonnenaufgang, diese böse, böse Sonnenaufgang. Ja, die böse, böse Dämmerung, die kommt. Der Fake-Dorn. Das ist der Dorn, auf den wir nicht gewartet haben. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten. Findest du übrigens weird, dass hier überhaupt von einem Dorn gesprochen wird, weil eigentlich heißt es ja, dass Florian Triangle ständig in den Nebel ist. Auch wo die aufgetaucht sind, da sagen die, es kann eigentlich noch nicht Nacht sein. Warum ist es hier schon so dunkel? Das Monster hat den Nebel ein bisschen verschoben. Ja, weil da kommen wir dann wahrscheinlich auch die nächste Zeit zu, aber dann später ist es ja dann doch ein Thema, dass die Sonne anscheinend aufgehen kann. Wir brauchen einen Countdown. Ich sage es immer wieder, größte Enttäuschung, größte Enttäuschung, dass auf Unigashima nicht es mit dem Dorn geendet ist irgendwie, dass der Dorn kam und dadurch, da waren ja einfach so, ach ja, bis zum Morgen ist noch Zeit. Und am Ende ist der Krieg einfach in der Nacht beendet worden. So ist es niemals morgen. Die roten Schwertscheine, die Jauche, wie die Morgendämmerung oder Abenddämmerung war es bei denen ja, dass es da das Licht dann so geleuchtet hat. Aber ja, am Ende ging es nicht mehr darum. Nee, aber es gibt noch andere Tropes, die kurz noch abgeklappert werden müssen, bevor wir zu dem Countdown-Trope kommen können. Nämlich zu dem, aha, es gibt Squats. Und jeder Squad hat einen Anführer-Trope. Denn nicht nur Absalom wird hier schon ein paar Mal angeteasert und gezeigt, sondern ja auch bereits Perona, die für die Geister verantwortlich ist. Und auch Hogback, der ja quasi für die gesamten Zombies verantwortlich ist. Die drei werden uns hier dann auch noch als die Spook, die drei Spooks von der Phila Bark, also quasi die, ja, die Schauer, die Schrecken, die Flüche der Phila Bark dargestellt. Die, die für das Übernatürliche hier verantwortlich sind. Ja, so ein bisschen wie die Dürren, beziehungsweise Dürren sei schon, die Katastrophen bei Kaido sind es hier halt, die Spooks. Und ja, jeder von denen befehligt halt eben auch andere Squats. Unter anderem eben Absalom, der verantwortlich ist für, ja, die Fußsoldaten quasi, für die gesamten Zombies, die da so rumchillen und vor denen dann auch eben seine Ansprache hält, dort dann erscheint. Und man erkennt, ah, er ist der unsichtbare Dude gewesen, der da ständig rumlief und wo es halt auch immer hieß, dass er sich wie ein, äh, wie ein Tier anhört, weil, wenn er sichtbar wird, erkennen wir, er hat ein Löwengesicht und, äh, ist halt eben auch ständig am Knurren. Und, äh, ja, seine Zombie-Gefolgschaft scheint ihn an sich, also, er scheint zumindest kein, äh, grausamer General zu sein, denn, äh, sie feiern ihn schon als Absalom, den, äh, Zombie-General, aber dann eben auch als, äh, Absalom, den perversen General, als Erosalom. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das dann im japanischen Original, äh, gesagt wurde, wahrscheinlich irgendwie die Hentai, Hentai-Lom oder sowas. Ich finde es generell, ne, das wird in diesem ersten Band schon noch deutlich, das ist halt schon eine Gag-Truppe. Also, das ist so der Buggy bisschen nach, auf der Grand-Line irgendwie. Es hat, es hat schon was, ne, absolut. Weil die werden, die sind zwar gefährlich, aber sie könnten noch deutlich gefährlicher sein, irgendwie in der Art, in der Konstellation, wie sie sind. Und es wirkt halt alles, Perona macht Leute ein bisschen depressiv, so, dann hast du halt, Absalom, der ist halt pervers einfach, dann hast du Hogback, der halt auch eigentlich sehr humorvoll ist, mit der Art, wie er drauf ist. Klar, er ist dieser verrückte Wissenschaftler, aber es ist schon, du lachst ja auch viel über den irgendwie. Ja, man muss halt sagen, genau, sie sind an sich gefährlich, aber halt auch dumm. Ja, ja. Und Moria, ja, der ist ja generell das Ding, ne, der ist halt faul geworden. Er wird zwar hier noch established, wo Robin noch sagt, ey, das ist ein Samurai der Meere, der hat ein höheres Kopfgeld als du, Raffi. Aber wenn wir Moria später sehen, der ist ja nicht in seiner Prime. Der hat zugenommen, der ist halt faul, der, es wird ja auch gesagt immer, der ist ein Schatten seiner selbst, so irgendwo. Ein Schatten. Ja. Ich meine, guck dir das erste Bild an, wo er hier gezeigt wird. Auch das, ne. Er liegt fett in seinem Zimmer und bewegt sich nicht. Ja. So, und es hieß, er hätte geschlafen seit seiner letzten Mahlzeit. Vier Tage oder sowas. Und Slim Moria, der haben wir ja gesehen. Gold by Gold Rogers, Exekution oder im Kampf mit Kaido, da war der schon ein bisschen slimmer und ein bisschen mehr buffed. So, und das sind aber die Glory Days gewesen, die jetzt seit wahrscheinlich mehr jetzt, ja, schon 20 Jahre, ne. Vor 20 Jahren hat er gegen Kaido verloren. So, daher diese Glory Days sind auch vorbei und deswegen wird er halt jetzt rumgepimmelt hier im Florian Triangle. Ja, unter dem Schutz der Weltregierung auch noch. Ja. Best-Case-Szenario, ne. Ja, bis er vielleicht ein großes Zombie-Projekt hat, mit dem er bestimmte Dinge vorhat, die irgendwann nochmal richtig werden könnten. Das ist nämlich halt so ein bisschen das ganze Mysterium, mit dem uns der Band halt trotzdem entlässt, ne. So, wie genau werden diese Zombies das schaffen? Was genau hat hier auch das eine mit dem anderen zu tun? Denn, äh, ne, es gibt viele Shower-Themes, aber bereits am Anfang wurde uns gesagt, ja, Brooke ist, ich bin ein Skelett, aber die Tatsache, dass ich keinen Schatten habe, hat nichts damit zu tun, dass ich ein Skelett bin. Und, äh, man fragt sich dann halt, äh, durchgehend halt, okay, ja, was hat denn jetzt mit was zu tun? Und, äh, wie genau werden diese Zombies erschaffen? Ja. Äh, wo ja Chopper und Co. das fast mitbekommen hätten, wenn nicht eine bestimmte Figur sie vorher gepackt hätte und die Situation ein bisschen eskalieren lassen hätte. Das wäre schon legendär, wenn dieser Charakter aus einem 1994-releaseden One-Shot-Manga von Oda stammen würde. Aber er ist auf jeden Fall respektiert von den ganzen, äh, Überfall-Zombies, die ja am Start waren. Und er hat eine Lache, wie ein gewisses Skelett. Also auch da ... Es hieß, wurde ja sogar gesagt, ne? Ja, genau so. Weil es hat sich angehört wie Brooke. Aber es war nicht Brooke. Ja. Und, äh, damit, äh, thickent der plötzlich noch weiter. Wo er lang geht, sieht man, da bin ich gerade, dass er einen Schatten hat, oder? Sieht man, dass er ... Doch, er hat einen Schatten auf dem Boden, der gezeichnet wird. Also, auch da wieder, fündige Leser könnten jetzt schon herausfinden, ah, maybe hat er, weil irgendwer muss Schatten entfernen können. Dieser Charakter redet auf einmal wie Brooke, hat einen Schatten. Er kann die Schatten entfernen. Er hat ihm den Schatten geklaut. Ja, genau. Das macht ja Sinn. Absolut. At this point ist das die nachstehende ... Absolut. ...nächstenstehende Vermutung. Absolut. Aber ich glaube, für die Leute, die das damals gelesen haben, und wo dann rauskam, das ist Ryuma, ich glaube, das war, das war epic, Mann. Gerade wenn, auch da ist ja jetzt so ein bisschen diese Spekulation, weil es ist ja schon ein paar Jahrhunderte her, dass Ryuma gelebt hat. Wir wissen nicht explizit wann, aber Wano war zu dem Zeitpunkt das Land des Goldes. A.k.a. wahrscheinlich Ancient Wano, was heute versunken ist. Also vielleicht taucht Ryuma ja sogar im verlorenen Jahrhundert auf. Und vielleicht war der sogar mit Joy Boy, mit Nika, mit wem auch immer, damals auf Bro. Benni macht übrigens gerade, während er es gesagt hat, hat er so diese Homie-Gesten mit den Armen gemacht. So hoch und runter mit dem Zeigefinger und dem Daumen und sowas. So liefen die auch damals rum. Wahrscheinlich hatten die ein Gangstein, Alter. So Joy Boy hatte auch so eine Drip-Jacke an. Ja, der hatte so ein Swag wie Doflamingo. Und Ryuma war einfach sein Zorro. Man könnte ja auch meinen, dass das Design von Ryuma für Zorro recycelt wurde, aber das ist das Wöden. Nein, nein, Quatsch. Natürlich nicht. Also, wer sagt denn nicht, dass der ehemalige Schwert-Gott, was by the way ein ziemlich epischer Titel ist. Ist das nicht eigentlich der Titel, den Miyamoto Musashi bekommen hat? Wahrscheinlich, oder? Ja, als, das habe ich zumindest jetzt bei Vagabond in den ersten Kapiteln gelesen, dass diese Figur derjenige wird, der später als der Schwert-Heilige bezeichnet wird. Oh, Musashi, Alter. Und den Iton-Ryu-Schwertstil begründet hat, bei dem man beim kurzen und beim langen Katara gleichzeitig kämpft. War immer, wo er diesen Strich gezogen hat später, wo man dann sagt, ey, bis hier noch nicht weiter, wenn du das überschreitest, dann muss ich ja gegen dich kämpfen. Apropos bis hier noch nicht weiter, wenn ich glaube, genau bis hier hin und nicht weiter sollten wir mit unserer Vagabond-Rezension gehen. Wer einen Vagabond-Podcast hören will, der Karnung schreit so laut, dass ich ihn in meinem Zimmer höre und dann überlege ich es mir. Vagabondo. Ja, ich glaube, am Ende, so viel kann es halt, Musashi, er kämpft, er besiegt Leute, er tötet vielleicht auch. Story over. Ja, nee, 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 nee. Nein, natürlich nicht. Aber das wird dann eine tiefschürfende, emotionale Reise werden. Aber Empfehlung wirklich für jeden Vagabond zu lesen. Ich finde, wenn man Manga liest, ist es so Pflichtlektüre. Wenn ihr dann genau mit dem aktuellen Band One Piece durch seid. Aber tatsächlich, wir haben noch eine kleine Sache hier in dem Band, wo halt Gruppe 2 sich on the way macht. Genau. Da kriegen wir halt, wie am Anfang schon gesagt, dieser Kontrast, erst das Angsthasen-Trio, dann kriegst du auf einmal die Cool Kids, die Starken so ein bisschen mit und siehst halt, ey, die haben gar keine Angst. Ruffy, gar kein Problem mit diesem Zellberuf. Es will den erst zähmen, wird gebissen, haut ihn dann einfach weg. Auch mit den Zombies, gar kein Problem. Die fragt er sogar aus, ey, was macht ihr denn? Die sagt, ja, was wir halt sonst so machen, ne? So rumhängen, Zombie-Stuff. So aus dem Boden krabbeln, so diese typischen Sachen halt, die man macht. Und als er gemerkt hat, ey, ja, er kriegt nicht so viel, dann haut er die auch weg. Das interessiert die doch nicht, genau. Das war auch so geil, so ja, so drei Leute sind hier vorbeigekommen. Waren die da? Ja, 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 die waren da. Ich hoffe, ihr habt ja auch nicht angegriffen. Nein, nein, wir doch nicht. Nein, nein, auf keinen Fall. Ihr lügt mich auch nicht an, oder? Der hat die angegriffen. Was? Nein, du auch. Und dann, ja, wir haben die eigentlich alle angegriffen. Und dann siehst du sie halt auch einfach nur mit dem Kopf in der Erde und die Beine, die nach oben hängen. Klassischer Schott. Und vorher haben wir halt tatsächlich noch eine Kombo-Attacke, nämlich den 600-Millionen-Berry-Jackpot. Oh ja, genau. Zwischen, mit Ruffy und Frankie, die halt ihre... Ja, und Robin. Und Zorro. Stimmt, aber primär siehst du halt, also hier in dem Double-Spray, also alle setzen Attacke ein, aber primär hast du halt Ruffy und Frankie, die halt ganz vorne. Frankie mit seiner fast Haki-Faust hier. Ja, aber die, die vier sind ja der 600-Millionen-Berry-Jackpot, der Strohhutbande quasi, mit Sanji zusammen, fünf, sorry. Wird ja später auch gesagt, hey, sechs von denen haben Kopfgeld und zwei von denen über 100 Millionen. Am Ende sind's Kopfgeldjäger, Mann. Hier haben wir die Thriller-Bark, eigentlich jagen die nur Piraten und Gekomoria liefert sie wahrscheinlich raus. Was ist denn sonst? Er ist ja Shishibukai. It's literally his job. So, nur bei ihm ist wahrscheinlich noch, eh, der kriegt festes Gehalt und dann noch auf Bonusbasis. Ist halt echt die Frage, ne? Kriegst du als Samurai der Meere, stehst du auf der Payroll der Weltregierung oder ist wirklich deine Bezahlung, ey, Bro, wir haben dein Kopfgeld aufgelöst und du hast Immunität? In real life waren's Freibeuter. Das heißt, die durften halt quasi alle überfallen, die sie wollten und den Kram behalten. Also kein Pay, aber dafür Immunität. Die wurden bestimmt auch noch zusätzlich gepayt, wenn die die richtigen Leute überfallen. Ich glaube, Crocodile wurde gepayt. Ich glaube, Crocodile hat verhandelt. Der war so, ja, Leute, Crocodile wurde, by the way, ich habe jetzt einen Short zu dem rausgehauen und ich wusste ja, okay, er war Samurai, bevor er gegen Whitebeard gekämpft hat, das wusste ich. Aber der war schon in seinen Twenties, wurde der Shishibukai. Der ist 20 Jahre lang Samurai der Meere gewesen. Also schon crazy. Er hat halt viel Piraten gejagt und so, ist dadurch dann wahrscheinlich irgendwie aufgeschrieben. Und dann als Shishibukai hat er sich gesagt, ja, jetzt kämpfe ich gegen Whitebeard. Hat natürlich massiv verloren. Und dann war es, ja, ey, Leute, ich chill, glaube ich, jetzt in der Navasta. Ey, ihr habt doch gesagt, ihr helft mir. So da Kaino so, ja, ey, sorry, Bro. So war Sengok noch da, was sie haben. Nee, ich glaube nicht. Gab's dann. Willst du nicht gegen Whitebeard nochmal kämpfen? Nee, lass mal, lass mal. Ja, und dann ist er so, ja gut, ich brauche einen Feldpower-Bonus. Ich bleibe jetzt hier in der Wüste und hoffe, dass dann Whitebeard nochmal wiederkommt. Auf jeden, Alter. Aber alle verziehen sich in ihr Element. Eigentlich hätte Akaino auch einfach auf Pankasa bleiben müssen. Safe, safe. Ich frage mich die ganze Zeit echt, wie dieses Konzept, und ich hoffe, dass das Early nochmal established wird. Vielleicht sogar, äh, irgendwie, vielleicht gibt's die Shishibukai ja schon seit Jahrhunderten von Jahren, weil die Weltregierung gibt's ja auch schon ein bisschen länger. Ja, wer waren damals Shishibukai? Waren's immer sieben? Die ersten Shishibukai waren die Mitglieder des antiken Königreichs, die dann kapituliert haben, anstatt zu sterben und dann eben als Hunde der Weltregierung über die Meere geschickt sind. Ja, am Ende waren's die ehemalige Verbündete von Joyboy, die verraten haben. Genau. Was, ihr seid gar nicht meine Nakama? Die Shishibukai waren eigentlich ursprünglich die Organisation, die dafür gedacht war, um Lily zu fangen und wieder einzufangen. Aber sie haben es ja schon nicht geschafft. Und einer von denen blieb bis damals nach Valabaster und hat dort seine Dynastie aufgebaut. Und irgendwann ist Crocodile wiedergekommen. Ich hab gehört, dass hier schon damals Shishibukai ist hier gut. Nenn mal, nenn mal eine, eine andere Kunstrichtung. Was? Nenn mal irgendeine andere Kunstrichtung. Impressionismus. Ja, die Impressionismus-Firma, so anstatt der Barock-Firma. Ja, okay, okay. So, da war es dann irgendein anderer. Ach ja, die Barock-Firma, als sie noch gefährlich wirkte. Was? Ja, ja. Kopfgeldjäger, deswegen nie wieder Kopfgeldjäger, weil die alle in der Barock-Firma gearbeitet haben. Ja, genau. Und die letzten, die so übrig sind, die werden jetzt auch in der Flörberg weggewischt. Ja, Steve und schon einfach, genau. Ah gut, ich hab mal, Absalon war früher bei Crocodile, hat dann gekündigt und war so, ja, nee, Bro, ich geh jetzt, ich geh jetzt da hin. Und auf Dresorsa, das ist dann was anderes, ne? Ja, da gab's doch nur diesen einen Dude, diesen Kaktushaini. Arriba, arriba, arriba. Ja, mit seinen, ey, tausend Waffen. Sag, ich weiß, dass du Strohhut-Ruffy bist. Und nein, ich bin Lucci oder auf Deutsch, Ruby. So, ja, das war echt ein bisschen. Ah gut, ich verstehe es, man wollte halt aus Luffy, Ruffy, ne? Aber warum Ruby? So, warum nicht einfach, na gut, Ruchi wird jetzt auch, na gut, okay, I get it. Aber an sich ist das der Band. Wir haben im SBS zwar noch die Thousand Sunny hier im Detail, aber ich finde, wir haben hier schon einiges besprochen. Wir haben die wichtigsten Räume eigentlich bequatscht. Wer sich alles im Detail da durchlesen will, wie oder das alles. So wie Henry damals. So wie Henry, genau. Der kann das gerne machen und sich da nochmal geben. Und sich auch noch reinziehen, wie ihn die Weltraumpiraten verbringen. Yes, genau, das passiert auch noch. Ich glaube, Cover Story machen wir nächstes Mal, werden wir es nicht wieder vergessen. Am besten, wenn sie mal durch ist, dann nochmal im Ganzen. Ja, genau, weil so viel passiert nicht. Wir haben halt hier, okay, Enel, Weltraumpiraten. Auf dem Mond gibt es anscheinend Piraten. Wir haben ein schönes Colorspread mit Wikingern. Ich schätze mal, das werden die Designs der Strohbande auf L-Bahn. Aber sind das Minks, die Weltraumpiraten? Nein, sehe ich nicht. Es war auch so ein Wolf oder so. Ja, alles sehr, 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 alles sehr abgespaced, maybe. Sie sehen halt aber auch anders aus, sind so komisch langgezogen und so. Ja, ist generell alles ein bisschen weird einfach da auf dem Mond. Und dann kriegst du ja von diesem Automata noch die Backstory, fängt ja an, wo er sich zurückdenkt. Und dann erfahren wir ja sogar, wie die da hingekommen sind auf dem Mond mit Balance. So, also alles ein bisschen abgespaced. Aber ja, ich glaube, that's das Chapter. Ich glaube auch, man kann sich auf den nächsten Bender Talk wieder sehr freuen, denn wir befinden uns jetzt ja quasi wirklich mitten in einem Arc, links und rechts und hinter euch und vor euch kein Land zu sehen, nur das offene Meer des Thriller Bark Arcs, der jetzt auch, wie Benni gesagt hat, ein paar Bände weitergehen wird. Und ich glaube, der Bender Talk wird tatsächlich auch sehr schnell weitergehen, denn, ich glaube, nächste Woche kommt ja ein Chapter und ich glaube, dann ist wieder Pause. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann kommt halt Band 47. Yep, yep. Crazy, Alter. Crazy, crazy. Ich bin gespannt, wo wir am Ende des Jahres sind bei diesem Bender Talk, weil ich glaube, Impel Down, vielleicht sogar Ende Impel Down und das wäre, da fängt man 25 mit Marineford an. Da werden die Bender Talks wieder länger auf eine Freude. Ja, Alter, das wird krass. Ich glaube, sogar auf Marineford werden sie kürzer, weil teilweise da einfach nur Action passiert. Da wird Frame for Frame beschrieben. Ja, jedes Doublespread von den drei Chaptern hintereinander, wo nur Doublespreads kommen. Ich frage mich echt, was Oda da damals geguckt hat, von, ja, drei Chaptern hintereinander, nur Doublespreads. Einfach, weil ich Bock habe. Und sein Editor sagt, Oda-San, das kannst du ja doch, nur Doublespreads. Aber guck es dir an, Nummer eins in der Show und den Jump. Mehr Verkäufe seit Ewigkeit, seit Marineford läuft. Ich darf machen, was ich will. Das war der Punkt wirklich 2009 und 2010. Da hat Oda innerhalb von zwei Jahren, ich glaube, fast 60 Millionen Bände verkauft. Das war wahrscheinlich zu der Zeit mehr als oder fast so viel, wie viel sich One Piece komplett die ersten Jahre verkauft hat. Und dann, fast zehn Jahre später, kam Demon's Day ja und hat den Rekord einfach verdreifacht fast. Die haben ja 150 Millionen Bände in zwei Jahren verkauft. Geisteskrank. Das ist so. Es gibt Werke, die niemals diese Zahl erreichen werden von so vielen Manga-Bänden sold und einfach Demon's Day. Ja, mach ich in zwei Jahren. Einfach Speedrun. So. Aber, damit wir vielleicht irgendwann mal auch die 60 Millionen Bewertungen knacken. Yes. Leute, fünf Sterne. Please. Es wäre sehr nett. Spotify, Apple Podcast, bei YouTube den Like. Wir arbeiten hinter hier verschlossenen Kammern auch an dem Videopodcast für YouTube. Also, auch das ist für dieses Jahr noch geplant. Ansonsten, bastelt euch so eine gute Nudeltafel, hängt die an den Kühlschrank, macht fünf Sterne drauf, fotografiert uns das ab und stellt es bei Instagram rein. Leute, wir sehen, wie viele Follower wir bei Spotify haben und das spiegelt leider nicht das wider, wie viele Fünf-Sterne-Bewertungen wir haben. Also, bitte, da fehlen noch so ein Drittel haben wir ungefähr. Also, da fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube auch, es kann doch nicht sein, dass zwei Drittel von euch uns nur so als Hass-Hör hören. Ja, so casual. So casual. So dieses, ja, ja, ich höre seit vier Jahren schon, aber so viel Vertrauen habe ich jetzt noch nicht, dass ich diese fünf Sterne geben kann. Tut mir leid. Ich stelle mir jetzt eher vor, dass fünf Sterne, ich hasse die, ich würde die niemals fünf Sterne geben, aber ich höre jede Folge. Das ist so eine Hassbeziehung, die man dann halt hat. Genau, so an euch, gerade an euch, ihr wisst, wie gut so eine gesunde... Stefan an dich, so bitte. Ja, so eine gesunde Manga-Rivalität, so wie Geta, so ein Goku-Verhältnis, das beruht auch auf Respekt und ich glaube, Vegeta würde so ein Gokus-Podcast auch fünf Sterne geben. Er würde Scheiße finden, würde es auch machen. Alle Stefans, bitte, fünf Sterne. Wir haben doch mindestens neun Stück von euch. So, und von denen haben vier nicht bewertet. So. Genau. Jedes, ich werde mir jetzt immer Namen raussuchen und dann einfach immer in irgendeinen Namen droppen. So dieses persönlich jemanden ansprechen. Wenn jetzt auch jemand sagen will, Benjamin macht das, dann fühle ich mich, weiß er nicht. Ja, okay, gut. Gut, dann mache ich es halt. Ja, ja. Genau. Daher und bei Instagram folgen. Ich sehe jetzt, wie ihr heißt. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ja, ich weiß, wo ihr wohnt. Ich kann jetzt schauen, so hier. Da werden manche, das ist halt so wie in der Schule im Unterricht, so. Ja, Martin, was sagst du denn dazu? So, und dann bist du so, äh, ja, keine Ahnung, so. Ich hab nicht, ich hab nicht zugehört. Genau, also bis 15. Mai, äh, kann man noch machen. Danach werden die Briefe vom Sekretariat verschickt. Da könnt ihr auch, äh, den Herrn Ellermann nicht mehr anders überzeugen. Äh, die, die werden dann verschickt an eure Eltern und da wird dann drin stehen. Hat zum wiederholten Male versäumt, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify für den Roman-Stars-Podcast abzugeben. Ja, ich stelle auch vor, das wird so an die Eltern verschickt. So, und dann hast du so Leute, die so mit Ende 20 so nochmal einen Brief an die Eltern geschickt bekommen. Leute, schlimmstenfalls landet sowas im Führungszeugnis. Also, bitte jetzt. Wir hatten damals echt die Story, dann können wir rappen, äh, ein Lehrer, äh, Herr Haar, Erdkunde, hat er bei uns unterrichtet und war immer, ich fand den witzig. War ein harter Hund, ne? Ein harter Hund, hat er eine bestimmte Mimik und Geste, hat mich auch immer Ahmed genannt aufgrund meines Nachnamens. Heute, glaube ich, ein bisschen, weiß nicht, ob man das heute noch machen würde, aber damals war es so, ja, mein Gott, mach. Und der hatte damals, weil ich hatte keine Religion immer und dann musste ich in seinen Englischunterricht gehen. So, und er wollte, dass ich mitarbeite. Und für mich war so, ja, Bro, für mich ist Religion seit der ersten Klasse eine Freistunde. Das ist für mich kein Unterricht. Und er meinte dann so immer, äh, Ahmed, du musst hier mitarbeiten. Und dann meinte ich immer so, ja, nee. Und dann wollte er meinen Eltern schreiben, hat sich alles notiert. Und ich dachte mir halt wirklich so, okay, im Worst, Worst Case, bei allen anderen Sachen wäre meine Mutter voll gestresst gewesen. So, aber warum machst du nicht mit? Da wusste ich, die wird tiefenentspannt sein, weil die juckt es nicht, ob ich da damit, weil es ist ja nicht mal mein Lehrer. Und es kam nichts. Es kam wirklich gar nichts. Und da war für mich der Punkt, ey, es ist alles nur Schein bei dem. Da war mir klar, der macht das nicht. Der labert halt sehr viel. Er hat es entweder vergessen oder was, aber er hat halt nicht angerufen. Er hat keinen Brief versendet, gar nicht. Wahrscheinlich hat er sich auch gemerkt so, ja, Bro, das ist nicht mal mein, den Stress mache ich mir doch jetzt nicht. Der saß da bestimmt zu Hause. Das ist so, ja, ich habe jetzt ein bisschen hier Respekt verloren in der Klasse, aber am Ende so. Ich wette mit dir, der saß zu Hause in seinem Büro, so, hat so alles fertig gemacht, so, war eigentlich durch mit der Arbeit. Dann so, ah ja, jetzt muss ich ja noch, ah, da muss ich noch in die Schulleitung, da man da irgendwas klar geht. Da muss ich in die Sekretariat weiter. Da muss ich auch noch 35 Cent bezahlen für den Brief. Und neben ihm stand aber auch das halb ausgedruckene Weinglas. Und da war dann so, ey, come on, Bro, ganz ehrlich, ist rausgegangen, hat so eine Kippe angezündet. Ja, die Sache ist tatsächlich, das war dann für mich aber auch so ein Punkt, wo wir wussten halt, wo der wohnt. Wir haben tatsächlich so Klingelstreicher bei dem gemacht. Wir hatten mal zwölf, dreizehn, sowas war. Aber am Ende kam halt nichts an. Und das war der Punkt, wo ich dann wusste, ah, der, der ist, äh, hier, der macht nichts. Vor allem mal mit seinen Schütteltests, die er gemacht hat mit dem Machen, Alter. Ja, Schütteltests waren auch beliebter was. Aber ja, Leute, Stefan, bitte fünf Sterne. Wir hören uns nächste Woche wieder und in dem Sinne, haut rein. Yes, ich hoffe, dieser Podcast wird dem Schütteltest standhalten. Safe, ich hoffe auch. Bis dann. Ciao, ciao.